Moin Moin Was geht was geht was geht Moment Hilfe Also Ich habe eine neue Maus Und Ähm Ja Heute haben wir ziemlich Viel vor Soll ich jetzt mal Ein bisschen was bauen Ein bisschen was Ja mal gucken einfach Soll ich Okay Ja und Ähm Mal kicken Oh ein bisschen was ist schon drinnen Ne Ah geil Wir haben viele Storage Parts Äh Strings meine ich aber Nice Können wir den anhauen Wo haben wir denn Ranit Hurra Ist ein bisschen was Das ist schon mal nice Können wir das Rezept hier Rauslöschen Und jetzt mal wirklich einfach nur über Äh 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 So So Peng Nice Ja und am Wochenende startet dann der Stream von Äh Für das End Ja Ja und da Freue ich mich schon drauf Das wird bestimmt Mega Nice So Und ich hab ein bisschen was vorbereitet Das wird auch noch nice Da muss ich mal gucken wie ich das genau mache Aber Ah Ich hab da schon ne Top Idee So Wie viel Okay Und Worte Seeds Okay Ich glaub ich sollte das hier mal anpassen Ich weiß aber noch nicht wie genau Ich hab das hier mal anpassen Ich hab das hier mal anpassen Ich hab das hier mal anpassen Ab Ich hab das hier mal anpassen auch nur CARE Ich lebeonde Ich hab das hier mal an und ich hab das hier mal an O2 Ja. So, aber dann können wir da unten bald mal anfangen, aber vorher wollte ich hier mal gucken. Ja, schön, da ist ein bisschen viel weggekommen, da können wir mal gucken, ich wollte mal gucken, wie ich das mit dem Storage Part weitermache. So, so. Wie machen wir das am geschicktesten mit den Bildern? So. 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 haben wir nicht mehr genügend. Okay. Okay, okay, okay. Das war doch nix. Ähm. Leck. So. 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 Und sieben. Torch 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 Nice, so. Dadurch sollen dann weniger Sachen spawnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Muss ich hiervon ein paar mehr legen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 DUDE Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay... Ich frag mich grad, warum ich... ...da nix bekomme... ...da nix bekomme... ... ...da nix bekomme... ...also... ...ich will mal ein Test machen... ...noix... Ja, ja, ja. Okay, ich mach was anderes. Äh, so. Okay, ich mach was anderes. Wo sind die 160K hin? Okay. 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 So, was? Wie mache ich das am besten? So, um. So, ich will mal gucken, wie ich den infusen kann, der F2-Biz. Oh Gott. 41, okay. Das wird nix. 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 Ich will jetzt hier den bisschen ausbuddeln. Das wird nix. 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 Okay, das wird nix. Okay, das sollte passen. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. Das wird nix. nix. Das wird nix. Das wird nix. nix. Das wird nix. Das wird nix. nix. Das wird nix. 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 konnte ich das schema reinladen und habe das noch durch komplett black concrete ersetzt ja und das will ich dann in der mining dimension bauen und hier dann reinsetzen genau machen wir hier ein bisschen platz und ja ich wollte gucken ich kann ja mit rf tools und dem auf hier heißt der kack noch hier mit den space cards kann ich ja das space chamber bauen und kann wenn ich das hier gebaut habe in rf tools abspeichern und dann kann ich das über den wiederholend über den bilder bauen lassen war die eine idee und da kann ich halt auch sagen okay hey nur schwarzer concrete das sieht nicht cool aus lasst uns mal ein mischmarsch aus blackstone und 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 machen und dann kann ich den einfach abbauen lassen und mit rf tools einfach wieder aufbauen lassen mit anderen gegenständen das war die idee dahinter findest du ich finde das passt perfekt rein bei der berg sieht ja noch relativ groß aus sei in der gegend bei dem So. Holy, ich war schon vom Blitz getroffen. Ja, aber ich denke mal, das kommt dann ein bisschen später. Hehe. Was willst du denn jetzt? Ja. Also, kaum reden wir hier von böser Dekoration, werden wir vom Blitz getroffen. Das hat ja irgendwas zu bedeuten, würde ich sagen, ne? Aber ich finde eigentlich, das sieht voll nice aus. Ich glaube aber, der muss noch ein bisschen niedriger. Und dann können wir dann hier einfach reinlaufen. Und hier, das hier sind so Wände, die hier eigentlich drunter gehen. Aber ich glaube, das... Ja, da hatte ich auch noch eine Idee. Okay, also die Position von dem Teil können wir später genauer festlegen. Aber wenn ich das jetzt mal hochmache und zu mir hin. Ja, die Netherbricks wollte ich lassen. Deswegen hatte ich die auch so eingef... äh, so gelassen. Ähm... Die wollte ich gesondert lassen. Aber was ich mir halt noch gedacht habe, war... ...den Unterkiefer mit Create als Tür zu benutzen. Das heißt, äh, wenn die Tür geschlossen ist, ist der Mund zu. Oder so ein bisschen zu. Das heißt, vielleicht ist hier nur so ein Block dazwischen Platz oder so. Und, ähm... Wenn wir dann die Tür öffnen, können wir den nach unten fahren lassen. So, und was halt noch eine Idee war, ähm... Deswegen habe ich die Hohlräume hier hinter noch, äh, freigelassen. Ähm... Dass man dahinter dann irgendwie irgendwas so baut, dass das aussieht, als ob die Augen glühen würden. Irgendwie sowas. Das Coole mit dem Shader fängt halt, dass, äh, die Netherbricks anzuleuchten. Das... Ja. Ja, ich weiß aber nicht, ob Lava zu hell ist. Ja, oh Gott. Ja, genau, irgendwie sowas. Ja, das wäre die eine Idee gewesen. Ja, genau. So, ich fülle jetzt hier alles wieder auf. Und hole mir, äh, wie heißt das gleich noch? Ähm... Dirt wieder zurück. Weil irgendwie ist das verschwunden. Und dann habe ich hier eigentlich eine große Fläche aufgefüllt, sodass hier eigentlich relativ wenig dann spawnen sollte. Das war der eigentliche Grund. Ähm... Ich vermute... Dass der RF-Storage nicht erkannt hat, dass der, ähm... Äh, wie heißt der gleich noch? Dass die Kiste voll ist. Und dann einfach da reingeladen hat, bis zum Gehtnichtmehr und dann alles gelöscht hat. Ja, ja, genau. Kiste voll. Und, äh, der dann nicht erkannt, dass die leer ist. Ich glaube, das liegt aber da dran. Ja, genau, für den Bilder hier. Ich vermute, ähm, dass der Bilder oder das Refined Storage, beziehungsweise diese Extra-Kabel, äh, nicht mit, äh, Sufficated Storage gut zusammenarbeiten. Und man dann in dem Fall hier eher eine normale Kiste hinstellen muss. Deswegen habe ich jetzt die Updates hier reingesetzt. Und ja. Ja, aber was ich jetzt vorhabe, ist eigentlich folgendes. Ich wollte... Ähm, hier unten, das ist ja jetzt hier so ein Kreis, ne? Die untere Ebene wollte ich, äh, mit... Wie heißt das gleich noch? Mit, mit, mit... Ja, genau, die habe ich jetzt da hingesetzt. Vorher hatte ich nur eine, äh, Iron Chest mit, äh, mit ohne Upgrades. Das hat halt zu den Problemen, glaube ich, geführt. Aber was ich jetzt hier vorhabe, ist, ich will, ähm, den Boden hier von dem Bedrock aus, äh, vier hochsetzen. So, eins, zwei, drei, vier. So, dass wir dann den vierten Block hier oben als Boden haben. Dann haben wir drei Blöcke, wodrin wir Kabel verlegen können. Und, äh, dann wollte ich das machen, dass wir eine Fünferhöhe haben. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs. Genau, also eine Fünferhöhe haben. Eins, zwei, drei, vier und dann Fünferhöhe. Und, ähm, das dann so in der Sphäre fünf nach oben bis zum Mittelpunkt machen. Dass das nicht ganz so flach aussieht. Ja, ja, ich weiß. Und da drüber kommt dann, ähm, unser normaler Storage. Den machen wir dann, äh, oder was heißt Storage, unsere Basis. Das machen wir dann ein bisschen größer. Also, mal gucken. Aber da lassen wir jetzt den Bilder durchrennen und... Ja, genau. Ja, ja, die wurde eben gerade schon wegplaniert. Aber ja, ähm, die Megastore... Äh, Megatorch hatte ich genau hier in den Mittelpunkt gesetzt. Dass ich genau weiß, wo die unten am Boden ist. Und, ähm... Ja, aber den unteren Bereich hier wollte ich eigentlich rein für, äh, Ressourcenfarmen machen. Also, ich denke mal mit den Bienen... ...was machen und vielleicht so kleine Häuser bauen für die, äh, Zentrifugen. Irgendwie sowas. Also, mal gucken. Und, äh, da drüber dann halt unsere Basis. Und dann vielleicht in die südliche Richtung. Also, in die Richtung. Ähm... Ähm... Habe ich ja auch schon... ...was gebunkert. Äh, wie heißt das? Nicht gebunkert, sondern... Äh... ...ein Active Loading. Und, ähm, da wollte ich dann vielleicht eine... Wie heißt das? Eine Walltür machen. Äh... Und dahinter den... ...den Reaktor. Wäre die Idee gewesen. Genau. Aber alles halt irgendwie zentral um den Fahrstuhl herum. So. Bilder. Ach ja, und, äh... Sonntag um 19 Uhr öffnet das End. Ja, das reicht ja aus. Ups. Oh, okay. Oh, oh. Ich glaube, ich habe eine Regel nicht eingehalten. No. Oh, fuck. Es wurden heute Regeln vorgestellt. Äh... Die darum gehen... ...dass, äh... ...man hier die Sachen rausholen sollen. Und, äh... ...ich habe es nicht gemacht. Hm. Hoppala. Ja, die Brine Tower, da hatte ich gedacht. Ach, ich muss hier nur ein bisschen... Äh... Wie heißt das gleich noch? ...dass... So. Pipes. Blub. Ähm... Die, die... Äh... Wie heißt das gleich noch? Äh... Obwohl... So, die... Die... Nehmen wir 20er Höhe Für unsere Base Was wäre, wenn wir Paint benutzen? So... Folgende Idee habe ich jetzt Das dürfte vielleicht auch ganz cool aussehen Ähm... Wenn das hier jetzt unsere Runde Base ist Und hier kommt unser Fahrstuhl an Das ist jetzt... Irgendwie so... Dann muss ja das Fahrstuhlende nicht bündig mit dem hier sein Da war jetzt die Idee dann einfach Ähm... Oh Gott Äh... Einfach hier so ein Donut reinzusetzen Das dann halt... Eher so Sodass dann halt hier unten Äh... Das ein bisschen geringer ist Aber hier außenrum Äh... Donutförmig Dass ich dann da halt die Brian Tower reinstellen kann Das wäre so die Idee Dann könnte ich dann halt Wirklich dann hier Die Tower rein setzen Oder... Ja, das ist ja das geringste Problem Aber ähm... Wir wollen ja hier unseren Äh... Fischen Reaktor hinsetzen Den können wir ja aber tiefer setzen Äh... Oder die Brian Tower könnten wir hier unten hinsetzen Ähm... Von... Von... Auf der Höhe der Bienen Aber dann ist hier bei den Bienen Ist hier die Verbindung nicht Und dann kommt hier die Brian Tower hin Und da drüber setzen wir eine Glasscheibe Und... Ähm... Und über diesen Brian Tower setzen wir die Maschinen für Äh... Wie heißt das gleich noch? Für Deuterium und äh... Das andere, ne? Und... Und... Und, und, und... Ah, jetzt habe ich die Idee Hier unten machen wir alles fertig Für den Deuterium und äh... Das andere Tritium Tritium war es, ne? Ja Und hier oben Über dem Fahrstuhl Setzen wir den Fusionsreaktor Das können wir alles mit dem Quantum Entangler Äh... Umschalten Also, äh... Durchschalten Dann haben wir das dann hier oben laufen Unten In diese Richtung hier Äh... Also hier drunter irgendwo Laufen dann die Äh... Hier so laufen die Brian Tower Würden wir das hier so haben Ja, und mit den, ähm... Ja, guck mal Und die Können wir außerhalb des Bildes setzen Und zwar hier oben hin Die setzen wir Hinter... Hier oben wird dann der Totenkopf Das wäre doch auch die Idee Da wird der Totenkopf Schädel Das Schädeldach Was bis hier hinten Wahrscheinlich irgendwo gehen wird Nutzen wir für die, äh... Solar Neutronen Activator Das ist... Da können wir die Deko Auch gleich aktiv benutzen Die werden halt im Tageslicht Die Ich dachte da eher an, äh... Äh... Und? Oh, Gott Hilfe Moment Was ist... So, Bilder Äh... Wo habe ich das? Hier Die Idee hatte ich Wenn wir da schon so eine riesengroße Glatze Eigentlich oben an den An den Kopf des Berges bauen Können wir die auch aktiv für, äh... Unsere Solarproduktion nutzen, oder? Ja, irgendwie so Das war... Das war die Idee Die mir gerade gekommen ist Dann bringen wir alles unter Und, äh... Haben aber trotzdem noch die Chance Den, äh... Fusionsreaktor hier oben Nice zu betrachten Der würde dann hier oben sitzen Oh, mein Gott Wird das ewig dauern Ja, hier oben Ja... 40 40 40 Und, äh... Wie vereint es? Wie ist das denn? So, ich kann es ja mit mir Und, äh... So, guck mal, wenn wir dann die, der ist ja 2 hoch, dann könnten wir einfach immer so einen Abstand machen. Und dann schaut er nur ein bisschen was raus und von unten machen wir dann halt den Boden schwarz oder so. Das wäre auch eine Idee. Ja, das könnte auch sein. Aber hey, wann sind wir mal da oben und gucken das an? Ja, das könnte auch sein. Ich glaube, ich habe da noch eine Idee, damit es schneller geht. Und dann kommt es auf dem Pipes. 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 Jo, genau. Oh. Oops. Speed. Speed. Verbe... Cable. Was ist denn ein Elite Requester? Ah, okay. Wieso geht Exporten immer schneller als Importen? Und was ich echt schade finde ist, dass es kein ähm... Ne, ne, ne. Das geht ja hier rein. Obwohl, kann ich... hier kann ich auch nichts reinladen. Hier kann ich auch nichts reinladen. Äh... Sonst... Sonst... S... Doch... Ratsche... Bö... Oh. Falsch. Du... 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 Äh... Boing. Wenn wir jetzt hier nur noch Extract only machen Geht das dann schneller? Nö Hi Ach ja danke für den Follow vorhin Da war ich gerade noch auf der Arbeit Oder kann ich da noch einen Stack Upgrade reinhauen Obwohl Was brauche ich für Dragon Ich bräuchte Dragon's Breast Okay Äh Ne wir spielen auf dem Server Ist ein Twitch YouTuber Projekt Ding für Kleine Leute Genau Naja aber hier ist ja genügend Platz drin dass das erstmal alles weggepunkert wird Äh Da müsstest du mal mit René JFK sprechen Äh zum Glück bin ich ein Meter Achtzig Ne da müsstest du Wie gesagt mit René JFK sprechen Der ist Admin Äh Äh YouTube Twitter Instagram Twitch Also so wie Hier geschrieben Findest du den auch Aber Aber Ja Ich weiß nicht Ob Da überhaupt noch Plätze Frei sind Weil das läuft jetzt schon Ein paar Wochen Äh Ne Woche So Angebot Oder oder Musik Täsch Oder Äh Musik Da sagst du was, das ist eine sehr gute Idee, würde ich sagen Ich glaube, ich hole mir auch mal eben fix einen Kaffee, also machen wir eben Kaffeepause und damit die Kaffee dürfen hier den Sniffern zugeguckt werden, also bis gleich Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh. 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 Wollen wir mit Genetik anfangen? Ich... Productive. Äh... Genindexe brauche ich und... Botner. Habe ich Botner? Wieso habe ich 55k? Ich... 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 Cool Funktioniert Das ist ein bisschen fies Wenn ich irgendwann mal wirklich sehr viel Scheißegal Geld über hab Wollte ich mir auch Was kaufen Das ist ein bisschen Übertrieben Wo haben wir es denn Hier? War das Science Fiction? Was ist das? Ich finde den gerade nicht Ich weiß nicht ob sie den rausgenommen haben Das wäre echt schade Ich selbst hab aktuell kein Lego Ich hab das alles meinem Neffen geschenkt Ah Das war Mod Bricks Moment War das der? Ja das ist die Seite Da haben Kollegen von mir schon bestellt Und Ich will entweder den Oder wo haben wir ihn? Das ist Einfach so Abartig Riesig Ja okay Die haben den nicht mehr Aber Also zwei Sachen Würde ich mir holen Entweder den Der ist ein Meter 31 groß Ich sehe aus wie Bumblebee Ich sehe aus wie Bumblebee Äh Eher weniger Ähm Entweder den Oder Oder Den hier Weil der auch noch eine Ähm Eine Base hat Die man geil wegstellen kann Aber der ist ein bisschen klein Finde ich Aber den finde ich geil Dann schön irgendwo im Hintergrund aufbauen Da halt Den hier Bei dem finde ich Der sieht auch geil aus Ja aber bei Bei Wenn du den über Lego kaufst Und nicht über andere Klemmbausteine Äh Zahlst du 700 Euro dafür Das ist Viel zu teuer Ja Das ist Finde ich ein bisschen Sehr teuer Oh Das ist ja ja aber da hast du halt nur irgendwie 200 teile drinne und den von mold king da hast du 5000 teile drinnen 7500 teile für die hälfte des preises das ist halt das was einfach so schade ist so so Das war's für heute. French. Pissot. Okay. Keine Ahnung, was ist das? Haha, das ist auch mega. Den Preis finde ich ein bisschen hardcore. Aber das Teil bei sich im Regal irgendwie stehen zu haben, kann man halt mal machen, ne? So. 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 shh. So. 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 Okay, wir dessen hier nicht rum. So. Ja, also da besteht kein Zweifel. Wenn das Innenleben ordentlich gemacht ist, dann auf jeden Fall. Aber ich habe so viel von Lego gesehen, dass du, wo die einfach random irgendwelche Bauteile fürs Innenleben genommen haben. Und das fand ich ein bisschen schade. Wo du dann so einen coolen Gegenstand hast und dann ist da drin alles voll mit grünen Bausteinen. Die ganz alten Filme habe ich gesehen, aber die neuen noch nicht. Da, ein Dispenser. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh. Also Baby-Bienen funktionieren nicht. Oh, Alter. Lego-Roll-Schuhe. Passen die an die Schuhe? Ja okay, ja doch. Ich habe mir nämlich eben gerade erst die hier angeguckt. Und da dachte ich, hä? So. 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 Ah ja, das ist... ...sehr schlaust. sowas zu machen. Aber ich finde das so cool, dass beim Creator-Programm von Lego kannst du ja auch deinen eigenen Kram herstellen. Und wenn es richtig gut läuft, kann es sein, dass Lego das dann übernimmt. Aber alles andere, was Lego macht, finde ich nicht cool, außerhalb von ihrem Lego-Kram. So. Oh. 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 Der ist cool. Uff. Aber der Preis. Das ist wirklich uff. Eins, zwei, drei, vier. Ja, habe ich gerade gesehen. Also das finde ich genial umgesetzt. Da ist nur die Frage, ob sie dann da alles vollgekloppt haben mit ihren grünen Blöcken. Ja, habe ich gerade gesehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hugo ist bekannt dafür, dass die alles Vollstoffe mit grünen Bauklötzen Thank you Thank you Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Standard Lego Move und jetzt wartest du acht Wochen auf das Teil. Ich muss vorher erstmal nachweisen, dass es nicht geliefert worden ist. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Oh, gross. Tschüss. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Palps Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt wird's kompliziert Create, 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 Extract, 8, Insert Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, das ist zwischendurch, wenn ich mich nachdenken muss, wenn ich so fokussiert auf die Sachen hier bin, das ist, ja, schlimm Und, ja, dafür entschuldige ich mich So, wie gehen wir vor, wie gehen wir vor, hier machen wir ein Item, Create, Create, Extract, damit wir die Gene bekommen, und packen den hier, Create, Insert, Das ist jetzt? Okay, okay, und da, wie ich mal was mal schon, das kannst, ja, ich Nossa, hoック Aufmerksamkeit des ZDF, 2020 Okay, das haben wir geschafft Das war's. Das war's. Und Stack. Dann müsste das jetzt hier voll sein. Nice. Ja, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ähm, äh, da ist ein Spiel. Egal, da war ein Spiel. Ähm, ich will Spaß am Spiel haben, aber wenn man auch, äh, mit den Leuten sich unterhalten kann, finde ich das gut. Aber es, es, es darf mich jetzt nicht einschränken, sag ich jetzt mal, ne? So seh ich das. Let's create, create, desert. Extract. Extract. Oh, nee. Okay, das, wenn ich da hardcore fokussiert bin, äh, weil ich hier gegen einen Gegner kämpfe, dann, äh, finde ich das besser. Auch als Zuschauer. Ich mag das zwischenzeitlich auch nicht, wenn die Leute dann wirklich, ähm, so hardcore auf das Spiel, nicht hardcore auf das Spiel gehen, sondern wirklich der Chat dann alles vorschreibt und, und, und. Also, Ideen einbringen finde ich super, Backseat Gaming finde ich nicht so geil, aber, ähm, ja, also solange das so eine, so eine schöne Balance ist, ähm, finde ich das super. Also, also. Satir rein. 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 Oh, Schlittschuh laufen. Nice. Bei uns regnet es. Eisregen. Und ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Das war nicht cool. Da finde ich Schlittschuh laufen bedeutend besser. Ich binателя. Ich bin��ah. Amen. Okay. Das mit auf der Fresse fliegen, das kenne ich. Das hatte ich mit dem Fahrrad. Dann hatte ich eine Platzwunde. Das Gute war, da ich im Krankenhaus arbeite, wurde das relativ gut schnell behandelt. Okay. Das ist gut. Ja, besser der Po als der Kopf oder die Hände. Das finde ich nämlich auch sehr unangenehm und das Schienbein ist auch echt blöd beim Laufen. Kann ich dir sagen. Wenn du da einen Mega-Bluterguss hast. Also Glückwunsch, dass es nur der Po war und nicht zum Beispiel die Handgelenke, weil du die so überstreckt hast. Weil das kann echt mies sein, wenn du dann schreiben willst und deine Hand nicht gerade halten kannst. Oder noch viel schlimmer, wenn du nicht zocken kannst. Okay. Nice informationen. Okay. 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 So what do I do? Ja, aber man muss ja dazu sagen, so lange hockst du ja nicht auf dem Klo, dass das dich lange weh tut. Jo, vorsichtig gefahrt. Bei uns hat es echt hart Eisregen und so weiter gegeben. Also fahr vorsichtig und dann bis später. Tschülü. So, wird ja jetzt geplättet bei die Biene. Okay, Bienenfolter aktiviert. Funktioniert das jetzt mit der Biene? Wieso gehst du nicht? Weil das eine Query-Bee ist. Also eine besondere Art von Biene. So. 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 Jo, dankeschön, dir auch viel Spaß und dann bis denn. Oh, was, was brauche ich hier? Oh, was, 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 was. Okay, liegt das dran, dass der Server am laggen ist? Oder liegt das, Moment. Und ganz in den Settings. Tschüss, danke fürs Dabeisein. Musik Hä, warum geht denn das nicht? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, also das Redstone Signal muss länger sein, Redstone. Ich wollte eine Zentrifuge bauen, Zentrifuge, also wir bauen eine Male, gehen hier ran und bauen ein Charimatic dafür, äh, ein Pattern. So, dann können wir die hier auch gleich bauen. Und genau. So. Und dann 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 dann. So. Und dann treffen. Okay. So, jetzt habe ich die drin. Okay. Extract. Create. Z. Dann machen wir. Create. Z. Ja. Create. Extract. Und. So. Und. Speed. Viele. So. 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 Nice. 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 Okay. Jetzt müssen wir noch rausfinden, wie wir das Signal länger machen können. Jetzt recommandest du dich los. Here she is. Man in die caale C 호f. Ja, da muss man mit hasta schw polishung mehr plat oder probieren. Dieße die caale Erste winsshutließe wait nach oben. La Niineth. Okay, dann machen wir das so. Und zwar... So. Okay. Hier rein. So. Okay. Let's go. So. Dann einfach den hier. Ich glaube, das müsste gehen. Ich bin mir aber unsicher, weil ich das gerade nicht weiß. So. Okay. Dann können wir das Ganze noch mal ausprobieren, wie wir das machen. Ich werde das nicht mehr so, wie wir das machen. Ich werde das nicht mehr so, wie wir das machen. Bleiben? Das ist relativ sinnvoll. Weil das passt. Das ist relativ sinnvoll. Das ist relativ sinnvoll. Das ist relativ sinnvoll. Okay. Das wandert da rein. Sauber. Inset. Inset. Machen wir doch nicht mehr Extract. Jetzt müssen wir doch noch irgendwo einen reinsetzen. Exit. Exit. Ich glaube wir haben gerade eine Biene getötet. Oder einen Villager. Villager. Zirka. 2 3 5 6 Jetzt machen wir das Wichtigste überhaupt. Hoppa. Ah ne, ist ein Piston. Okay, endlich Ruhe. Das war ja nur mal dezent nervig. So, den Schlag. Super, schlussig. Super, schlussig. Meta-Noral. Ja. Die Meta-Noral, die brauchen wir. Das ist Tag und Nacht. Damit haben wir ne Chance. Damit kriegen wir es hin, dass das Tag und Nacht läuft alles. Und dann müssen wir hier nach und nach alle Bienen austauschen. Mit Endurance-Strong. Das brauchen wir. Behaviour und Weather Tolerance brauchen wir Annie. Wie sieht es hier aus? High. 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 High, medium. High. High, medium. High. 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 Okay, wir müssen jetzt noch ne Biene von draussen holen. Aber die könnten jetzt vielleicht die Wetter-Toleranz bekommen, weil es regnet. Die Wetter-Toleranz bekommen. 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 Die Wetter-Toleranz. Die Wetter-Toleranz. Die Wetter-Toleranz bekommen. 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 Die Wetter-Toleranz? Die Wetter-Toleranz? Okay, damit sollte das mit den Spirited So, etwa, kann ich den auch herstellen? General Ender Prediction, okay Dankeschön Daniel, 140, danke Da waren wir Gucken wir mal, wie unser Spirited aussieht Ja, gut Können wir hier noch unseren zweiten Handbaden Ja, die kriegen hier ein bisschen Weatherproofed Bist Query, das habe ich völlig vergessen Dass die die Endstufe ist Okay Dann müssen wir hier Cage Und nehmen die Quards Nehmen wir die Obsidian Weil die haben ja High Endurance Können die denn Okay, die können untereinander Breeden Hätte ich auch mal vorher gucken können Oh Soficatet Und Dann nehmen wir den Okay, nee, nee So Upgraden wir noch unseren Backpack So Dann können wir den wenigstens mal Okay, super Potatoes Hmm Oh 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 Ich habe keinen Sand mehr. BTF. Spirited. 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 Warte. Haben wir jetzt auf jeden fall eigentlich ordentlich Strom. Das sollte erstmal ausreichend sein. Ah. Was gibt es denn? Wie heißt es denn? Ah. 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 Peach Creeper wäre vielleicht noch interessant. Und Pulverizer. Okay, besorgen wir erstmal ein bisschen Sand. Fliegen wir, okay fliegen wir da noch, oh ich habe keinen Strom mehr. Okay, das sollte reichen. Okay, Sand, 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 was ist das? Auch hier bin ich schon durchgepflügt, oder? Ja, da bin ich schon durchgepflügt. Ja, da bin ich schon durchgepflügt. Oh, ich sollte eben kurz wieder zurück. Ach, ich habe unten Potatoes. Oh. 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 Okay. Okay. Oww. 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 Tja, Tja, Tja. Dankeschön, Bobiabie. Dankeschön. Ich suche gerade nach Lörr für wie heißt das gleich noch? Für die Angel. Damit ich Luck of the Sea einfach damit ich die Prisma Bee einfach einfacher bekomme. Splitting. Splitting. Mitkostimus. Mitkostimus. Und mitkostimus. Ich used das gleich noch einmal rum. Und mitkostimus. Es dauert natürlich echt hardcore lange das zu finden. Es dauert mich. Fischka. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich will noch Luck of the Sea finden. Alter, da findet man ja gar nichts. Das dauert hier alles so lustigerweise ein bisschen. Ich will noch Luck of the Sea. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da bin ich ja bald echt kaputt hier. Ja, komm, nehmen wir das hier einfach. Wie viel gibt es denn davon Luck? Oh, drei. Und nehmen wir zwei mit. Luck of the Sea. Zwei. Rot. Rot. Gab es nicht auch Iron? Ja, das ist doch. Nehmen wir doch die. Ops. Diamond Fishing. Neptunium. Okay. Unusing. Fashion Sea kann ich nicht nehmen. Unbreaking kann ich nehmen. Bending kann ich nicht nehmen. Öh, kann ich nehmen. Dann mache ich den hier. So. So. Oh, ist noch nicht weiter gegangen. Okay. Wohin gehen wir denn? Das ist mal Deep Dark. Ab nach oben. Oh. Oh. Cage. So. 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 Aus der Richtung See. Wo bin ich? Vielleicht eher in die Richtung. So. So. Da sollte vielleicht. Ocean sein. Was ist das? Egal. Frozen River. Frozen River. Kompass. 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 Skap. Wie. Weilеждatel. Okay, wieso ist da ein Trader Okay Oh Was bist du? Eine Eulie Bee Es geht Hi erstmal Ich habe jetzt nur angefangen mit den Bienen und Ressourcen geholt Oh, Schwammbiene Und jetzt will ich gerade eine Prisma Bee holen Weil die, ähm, die Wettertoleranz haben Ja Aber sonst, äh, ich weiß gar nicht wie weit die anderen sind Aber am Sonntag gehen wir ins, äh, End rein Und, äh, slayen den Ender Dragon Und dann geht die Ressourcenproduktion mit, äh, dingstens weiter Äh, mit den Bienen Ähm, ja, könnte zum Teil dran liegen, da ich schon, äh, seit All the Mods 3 oder so Dieses Modpack spiele Und dann immer, wenn was Neues rauskommt, äh, fange ich das direkt wieder an Ähm Ja, genau Und ich habe das Modpack Anfang des Jahres, äh, schon eine ganze Weile gespielt Deswegen weiß ich so gesehen, was ich gerade die ganze Zeit tun muss, um schnell voranzukommen So Ja, und aus dem Ähm, End können wir dann Draconic Bees holen Und mit denen können wir Speed Upgrades bauen Und sobald wir die haben, ähm Ja, wird das Gesamte hier völlig Übertrieben abgehen Was habe ich da bekommen? Ne Klemm Ja, und, äh, Ähm Bisschen Basebuilding machen wir heute Da habe ich mir gestern was aus dem Internet rausgesucht, ähm, was ich bauen will Da mal gucken, wie das umgesetzt werden kann Weil aktuell sieht unsere Bees aus wie Eine Hobbit-Höhle Und das ist Ja, nicht so Hübsch Ja, und jetzt ist hier einfach nur Langeweile angesagt Fischen Ich weiß gar nicht, was können wir denn aus den Prisoner Bee machen Ähm Kandium Mautilus kriegen wir So Oder können wir mit Prismarin vielleicht auch noch ein bisschen was machen Bautilus kriegen wir mit Prismarin vielleicht auch noch ein bisschen was machen Und Bautilus kriegen wir mit Prismarin vielleicht auch noch ein bisschen was machen Und was geht sonst so? Haha Spielst du auf dem Server oder Singleplayer? Ja Das kenne ich Oh Ey Ah, okay Ähm Kennst du den Mod Easy Villager? Bei der ist relativ gut für den Anfang Ähm Wo du relativ einfach eine Iron Farm bekommen kannst Und das hilft halt sehr, sehr gut Ja, super Damit kannst du halt super Äh Den Anfang des Spiels starten Also das ist auch immer das erste, was ich jetzt gemacht habe Ähm Easy Villager Und dann Äh Versucht Als nächstes Schnellstmöglich Durch euer Modium zu bekommen Äh Hey So Und jetzt brauchen wir nur noch eine zweite Ja Genau deswegen Also ähm Das ist echt super, dass sie hier drin ist Und du kriegst halt wirklich easy Villager So Oops Musik Achja und wo du sagtest ich bin so weit in dem Modpack man muss auch dazu sagen dass ich glaube jetzt mittlerweile irgendwas bei 30 oder 40 Stunden hier drin haben Glaube ich Wir haben am 1.2. gestartet Ey 2.2. also das läuft jetzt eine Woche Dann täglich streamen mit 3 Stunden außer am Wochenende da dann knappe 8 Stunden 24 Plus 4 mal 3 36 Stunden circa Also doch ein bisschen reingesuchtet Aber ich habe damit auch 6 Stunden verbracht einen Sniffer zu suchen also Neptunes Bounty Nice Ja das war sehr sehr nervig Ja und wenn du ähm eine richtige Mining Farm haben willst ne Gehst du in die Mining Dimension brauchst ein Bilder und gräbst ein Loch Da kriegst du Ressourcen en masse Oh Das war nur das kleine Loch Sorry Das habe ich ja mal komplett vergessen Hier ist das richtige Loch Ja und dann kriegt man halt so ein paar Ressourcen nach und nach sowas wie fast 100k Eisen und ja So Und jetzt holen wir uns die nächste Stufe der Bienen Und zwar eine Prisma und hier nochmal eine Prisma Hier kriegen wir dann die Prismarinen verdoppelt und die werden dann hier gestampft Und dann kriegen wir hier Gene So wie sieht das hier aus Wieso dieselbe der Egal So Wir brauchen Pluck Ich hab noch kein Pluck Pluck So Nächste Stufe Strom Automatom 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 Gut Metanural Yes Okay Dann Die können wir jetzt auch verdoppeln Oh Ja Und hier sehen wir Die Genproduktion Erstmal die Anfangsmaschine Und da ist sie durchgelaufen Und so kriegen wir dann nach und nach unsere Gene hier rein Und Ja Hier haben wir eine Genflasche Da haben wir einmal eine Biene Platt gedrückt Und in der Zentrifuge Wird das dann auseinander Geschleudert Und In unserem Index Erhalten wir dann die Zutaten Und Wo ist es Hier Wir brauchen die Wetter Toleranz Damit wir dann nach und nach Immer bessere Bienen bekommen Die dann auch Den ganzen Tag Über arbeiten können Und Bei jedem Wetter Arbeiten können Und so Schlafen die Bienen Nicht mehr Und arbeiten Durchgängig Also die feinste Form Der Sklavenarbeit So Prisma So So So, jetzt müssen wir warten, bis die Gene hier fertig sind. Endurance Strong, das können wir gebrauchen. Okay. 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 So, wir können auch versuchen, ich brauche noch einen Swarm. So, in die Richtung. Ja, im Swarm suchen wir jetzt, wie heißen sie gleich noch? Wir sammeln einfach alle Bienen, die uns begegnen und wir suchen Slime Bees. Weil die brauchen wir einfach noch für verschiedenste Rezepte. Wieso ist hier ein Bonding Trader? Die brauche ich auch. So, was hast du denn zu verkaufen? Äh, äh, äh. Advanced Turtle. Ripstone. Können wir gebrauchen. so so Biene eine Blue Bandit die brauche ich Solitary Solitary High Biene normale Bienen können wir auch mitnehmen das sind noch mehr was war das für eine Neon Kuckucki ja mach mal bis gleich ich sammle nur Bienen mitnehmen maintaining Holy shit. Mein Tor. Nice. Und eine simple Basis. So. 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 Oh. Vorbeigeflogen. ist das der Swamp das kleine bisschen hier ist der Swamp den ich jetzt das ist ja jetzt irgendwie ein wenig enttäuschend willkommen zurück ich habe den Swamp den ich gesucht habe gefunden und das war es das ist der Swamp ich habe an irgendwas größeres gehofft gedacht oder wie auch immer das geht in die Richtung also porten wir uns zum Spawn cool die haben hier schon richtig viele Sachen gebaut das sehe ich ja jetzt erst alles cool okay oh Gott was ist denn hier passiert ja das ist das Problem wenn du mit Biomes O'Plenty spielst zum Teil funktioniert das mit dem World Generation nicht richtig aber normalerweise echt gut so wir fliegen jetzt zu einem Mangrove Mangroven Sumpf in der Hoffnung dass wir da was besseres finden also was größeres ich bin eigentlich nur auf der Suche nach den Schleimviechern oh eine schockelt mal wir brauchen Schokolade da kann man Schleimnester finden und bei den Schleimnestern sind immer die Schleimbienen logisch so was ich dir auch für den Start auf jeden Fall raten kann ist ein Sleeping Bag zu bauen weil da kannst du egal wo du bist kannst du einfach schlafen gehen ähm da sind soweit ich mich entsinne äh gefährliches Halbwissen jetzt da ist ein ganzer Haufen Spawner drinne und das ist äh also die Wahrscheinlichkeit dass du da drinnen stirbst ist so zu 99 Prozent würde ich jetzt mal sagen weil da sind auch so Spawner drinne die tackern nonstop mit äh spawnen fünf äh Skeleton auf einmal und davon stehen sechs rum oh ein Stargate so äh Villager Dorfmeister sorry oh hier war schon jemand und ord vor vor spoke wenn es wie ton haben ges Talk light. Okay, anscheinend finde ich hier keine Äh, Nester. Ähm, boah, die Renderrate auf jeden Fall runterstellen. Und, ja, ich muss zugeben, ich hatte noch nie ein Problem damit. Meistens hat dann eher der Server aufgegeben als mein PC. Ähm, aber es gibt, hier ist ja, ähm, Video-Settings, ne, und, ähm, hier ist ja, das hier ist Sodium. Und hier kannst du Sachen einstellen. Und, ähm, da würde ich einfach mal ein Video angucken auf YouTube, weil die können das richtig gut einstellen, was du hier alles machen kannst. Nur weil, dann hast du nicht das Problem, dass deine, äh, Grafikqualität nach unten geht, sondern, ähm, da werden dann so Hintergrundgeschichten runtergestellt, wie, ähm, ja, halt wirklich deine, äh, Renderrate, wie weit entfernt das sein kann und, und, und. Das ist, äh, relativ genial, was man da alles rausholen kann, besonders mit Sodium, weil das halt, äh, nochmal so auf dem Level von Optifine ist. Okay. 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 Vielen Dank. Bist. 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 So, jetzt kriegen wir hoffentlich Schleimbiegen. 44 Sekunden, ja. 45 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 Sekunden, ja. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Okay, jetzt haben wir nämlich, so wir haben unsere ersten verbesserten Gene, Endurance Strong, Temper Normal, Productivity High und Weather Tolerance Any und wir haben hier eine Biene, die hat schon den Tag Nacht, deswegen nehmen wir die jetzt, füttern der den Treat. Wir haben jetzt die verbesserte Variante, hier haben wir noch eine zweite Oxidane Bean, die hat noch nicht so gute Sachen, aber der füttern wir jetzt auch die, das Honey Treat für die guten Sachen. Dann haben wir jetzt zwei mit den Super-Gen, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Very High für die Genforschung. Und einen Haufen mehr Treats. Leider funktioniert das noch nicht so gut. So, dann können wir aber mal gucken, ob wir irgendwas schon herstellen können oder ob wir überall die Productive Upgrades. Ja, aber wir brauchen Draconic Beasts. Handenblocks, okay, habe ich schon. Wie kriegt man denn Dark Nessert? Wie kriegt man denn Dark Nessert? Woher kriege ich denn Schalkers? Schalker Bee kann ich herstellen aus Digger Bee mit Schalker. Heart of the Sea. Post Elder Drink. Deep Link Brut. Oh mein Gott, der Leviathan. Da kann man ja eher das hier machen. Okay. Ja, dann. Woher kriege ich denn Honey? Schnell. 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 Ja. Okay. Ich bin Grüfe. Oh, mein Gott. Ich bin seit 15м Gluten. Ich bin seit 15h,lad OUT. Ich bin seit 15h. Ich bin seit 15 Jahren und jetzt darf nicht den Kelsey creator. Ich bin seit 16h. Uns Lavend. Ich bin für dich. Warum? Ich bin seit 16h. Wie lange gesprochen. Ich bin seit 15h. Ich dislocate mich, denn therefore meine Güven. Okay, ich glaube, dann stelle ich hier das her. Drei, vier, so. Und ein Tweet funktioniert. Alter. Habe ich nicht Tweet hier? Doch da. Wieso werden hier keine hergestellt? Genug. Entschuldigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Agree? Ok Machen wir ein wenig Mystical Agriculture und eine neue Tour Nature Seed, Dye Seed, okay, Dye, hab ich noch keinen weiteren Seed-Field-Prom? Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, da kriegen wir jetzt ein bisschen was zusammen, ist schon mal schön. Okay, da kriegen wir jetzt ein bisschen was zusammen. Äh, wie hieß das nochmal? Xnet. Wollen wir hier noch was rein? Okay, und zwar... Extract, Z, Create und erst mal Blacklist. Entfähre. Nice. Geht das zumindest auch aus? So, und wie sieht es jetzt hier hinten aus? Nice. Nice. Wie viele Truhen sind hier? Nice. 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 Äh, next... äh... Bilder. Okay. Nice. 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 Thanks. Nice. 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 Ok, es fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wie kann man denn jetzt hier am besten vorgehen? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mist. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jetzt ist es ein bisschen problematisch geworden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Können auch die Kleinen eigentlich? Schade. Mist. Schade. 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 Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Wir brauchen eindeutig diese Verbesserung, ey. Und wir brauchen jetzt nur noch das eine Update, damit wir hier die Query Bees bekommen, en masse. Dann können wir hier schon mal den Sand und die ganzen Sachen aufbauen. Und dann erhalten wir eine ganze Menge von dem Zeug. So, die Position aus. Musik Ah, ich weiß warum. Burned S. Okay. Musik 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 Machen wir hier eben Waystones. Machen wir hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich bin einer davon. Ja, super. Naja, aber trotzdem halt, ne, die, ähm, wie heißt das gleich noch, muss ja trotzdem aufpassen. Ich bin einer davon. Sauber. Gott sei Dank. 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 Willkommen zurück auf jeden Fall. Und ich muss mich jetzt leider ganz kurz verabschieden. Ich bin dann in 5 bis 10 Minuten wieder da. Ich, äh, explodiere gleich. Also, ähm, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich so in 5 bis 10 Minuten wieder. Und, äh, ja, holt euch was zu essen, noch was zu trinken. Ja, ich denke an seine Waschen. Ja, also, dann, ähm, ja, 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 bis gleich. Ja, also, dann, ähm, ja, 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 ja. Ja, also, dann, ähm, ja, 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 ja. Ja, also, dann, ähm, ja, 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 ja. Ja, also, dann, ähm, ja, 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 ja. Ja, also, dann, ähm, ja, 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 ja. So, dann, ähm, ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Oh! 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 Uh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. So. Gucken wir nochmal, wie viele Furrybees wir haben. Das war's. 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 Du- du- du. Dann noch ein killen. So. Okay. Ja, also der Wizard ist einfacher als gedacht ähm, da können wir einfach so drauf bratzen, bis zum geht nicht mehr ähm, ja also, machen wir den jetzt noch dreimal und dann sind wir mit Hostile Networks, äh, durch für den Anfang zumindestens So, wie viel kann ich davon noch essen? Oh, noch ein paar Noch zweimal Oh, noch ein paar Echt easy going Oh, noch ein paar Was brauche ich für Prediction, das sieht ja auch easy going aus. Äh, wo bauen wir die denn mal hin? Okay, Clowns. Äh. Moin. 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 Ähm, nur ne kurze Frage. Äh, im Nether hast du irgendwas geclaimt? Ne, eigentlich nicht. Warte. Okay. Oder es kann sein, dass die Bastion noch geclaimt ist. Achso. Ja, irgendwas hatte ich da mit Bastion und Claiming gehört, deswegen fragte ich gerade. Oh ja. Hi. Hi. Ja, ich bin hier bloß gerade lang geflogen, deswegen hab ich das bloß gerade gesehen. Ja, es war eigentlich beim letzten Mal alles außer Overworld und dann... Ja, ne, an sich alles gut, soll ja nicht jetzt dicke Gemecker sein. Ich wollte nur fragen, ob das vielleicht schon länger her ist, dass du es nicht mehr auf dem Schirm hattest jetzt, dass es da noch ist. Äh, ja, letzte Woche Sonntag. Ja, deswegen frag ich gerade mal, weil ich denke mal die neuen Regeln hast du ja, äh, Regeln hast du ja schon so gesehen, denk ich mal, ne? Jupp. So. Genau. Deswegen. Alles abgebaut. Perfekt. Sehr gut. Ne, ansonsten finde ich mir das an sich nicht mal schlimm, aber, äh, das gibt halt jetzt so... Wir haben halt uns auf Regeln geeinigt, damit sich da irgendwo jeder dran hält, weil, ähm, ja, sonst wird das hier irgendwann zu chaosmäßig, ne? Und es gibt hier immer kleine Mimöschen, sag ich jetzt mal, die sich schon über Kleinigkeiten aufregen. Den einen oder anderen stürzt er nicht, den einen denn schon wieder schon. Und um da eine Richtung reinzugeben, haben wir uns jetzt mal so ein bisschen drangesetzt, ein paar Regeln auszusetzen, ne? Jaja, alles gut. Also, kann ich vollkommen verstehen. War keine Absicht. Ne, alles gut. Wir haben uns entschieden dran, wir haben heute mit denen, wir bereiten uns dran, ne? Hahahaha. Habt ihr's geschafft? Ja, ich, äh, äh, Wonnek hat mich alleine gelassen mit dem Scheiß-Biech. Oh, Mann. Wie viel Epsen hatte das? 15.000. Ach, 15.000. Ach, 15.000. Ach, 15.000. Hahaha. Ja, ich wurde allein gelassen. Ja, aber du hast mal ein Gefühl. Ich bin wiedergekommen. Ja, wo ich das ging von 10.000, ne, von knapp 8.000 auf 2.000, wenn man ja flacher sah, aber. Das ist doch schon mal ein Anfang. Wie habt ihr den denn platt gemacht? Wir hatten ein Herz und keiner wusste. Oh Gott. Ey, das war ja schon heftig. Das hat ein paar Mühnchen gedauert. Ähm, Apropos, Dae, da du gerade mal hier bist, kennst du dich mit Xnet aus? Äh, ja. Perfekt. Ähm, weißt du, äh, man muss ja immer einen Kontroll da dran. Ja, können wir auch machen. Wir können mal eben einen nächsten Channel move mit Dae. Ich mach mal eben einen auf, ja? Ey, ja. Ja, können wir das... Ups. Uppala. Hahaha. Ah, perfekt jetzt. Ja, ich hab zu schnell geklickt. Hahaha. Ja, sehr gut. Ähm, und zwar, weißt du, man muss ja immer den Controller haben, um das alles zu konfigurieren mit den Kabeln, ne? Ja. Genau. Und, äh, weißt du, ob man das irgendwie mit Punk hinkriegen kann? Also, dass ich mir zum Beispiel oben in der Base den Controller hinstelle, wo ich alles einmal mit verbinde. Und, äh, denn hier hinter den Dingens quasi ne Antenne hin packe, dass das mit Funk... Ah, ja. Ich dachte, ich komm durch. Ähm, ich weiß, dass es bei X... Oh Gott. So. Äh, ich weiß, dass es bei Xnet, ähm, wie heißt das gleich noch, diese Funkantennen gibt. Genau. So, weil das Ding ist, hier oben habe ich ja zum Beispiel, wie siehst du ja, habe ich ja mein Refine-Storage-System, hab das hier vorne angelegt. Äh, und dann hätte ich das ja auch gerne mit dem Xnet-Monitor auch hier vorne mit in dem Bereich quasi. Aber das Ding ist, hier hinten, wenn du mal hinter guckst, habe ich das hier alles schön hinter der Wand eigentlich verlegt und so, äh, wollte das aber mit Xnet auskleiden, weil es da ja diese Covers für gibt, dass ich diese Löcher hier links und rechts neben den Maschinen immer schließen kann, so weißt du? Genau. Dass das, äh, cleaner aussieht. Ich frage, das Ding ist, ich komme hier ja nicht durch, weil hier ist ja der Waste und und allen Kram, so weißt du? Deswegen frage ich mich gerade, ob diese kurze Distanz, ob man hier irgendwie eine Antenne heransetzen kann und hier auf der Seite dann auch quasi, dass man da die kleine Distanz eben mit Antennen überbrücken kann. Weil das wäre ja echt bombastisch, ey, das würde mir sehr helfen. Wenn du nach Xnet suchst, kannst du eine, ähm, Antennen Base und eine Antenne bauen. Und ich glaube, du kannst dann beides einfach verbinden. Ich kann dir nur nicht, also damit habe ich noch nicht gearbeitet, aber ich kann dir sagen, wenn du die Advanced, ähm, wie heißt diese, Advanced Connectoren baust, kannst du auch die Himmelsrichtung aussuchen, äh, wo die Sachen reingepumpt werden sollen. Mhm, aber dann brauche ich ja wieder einen Wireless Router quasi, um die Antennen zu benutzen, ne? Also nicht nur den Controller, sondern auch Wireless Router und Router. Ja, genau. Genau, warte mal. Enden on Router, genau. Und, äh, Place on the Antennes auf der Antennen Base. Ah, so, Antennen Base und Antennen gehören quasi zusammen, oder wie? Das ist so Multiblock, oder wie? Äh, genau. Und du kannst die Antenne, wenn du ne längere Reichweite haben willst, kannst du den großen Dish da drauf setzen. Ah, Antennen hast du den Dish, hab ich gesehen. Hm. Ja, nichts wildes, nur ein bisschen. Die ganzen Seeds hier vorne hab ich dann auch nochmal für das Imperium ne Plantage reingemacht. Ja. Und der, der kleine Reaktor hier. Oh. Okay, das mit dem Krater ist cool. Ja, damit das will ich noch ein bisschen ausbauen, hier. Weil hier, wenn du mal guckst, hier ist ja so Chunk-mäßig ausgehoben. Ja. Da kommt dann noch ein 18x18x18, äh, Mechanismenreaktor rein. Hahaha. Ja, warum nicht? Ja. Ja, der schafft halt ordentlich Strom, ne? Ja. Ja, mal gucken, was bei mir noch hinkommt, aber jetzt ist erstmal ein bisschen Base-Building und, äh, ich hab genetische Veränderungen an den Bienen vorgenommen, die machen jetzt 24-Stunden-Dienste. Ach Mensch. Also heißt auch bei Nacht ankommen. Ja, und auch bei Regen und so weiter heißt wirklich die Arbeit nonstop durch. Das ist... Das bringt dann schon mal ein bisschen was mehr. Ja. Aber kostet halt richtig. Mhm. Ja, du machst das auch mit diesen, ähm, Product-to-Beast-Hives, ne? Da bleiben die dauerhaft drinne, glaub ich, ne? Äh, ja. Die sind gar nicht raus, um Blumen zu suchen quasi, ne? Genau, ähm, sonst... Ich glaub, da wär der Server jetzt schon tot. Ja, ich hab das früher mal mit den normalen Hypes gemacht und dann halt da reingepackt die Bies und dann musst du halt ja einen Raum machen, sag ich mal, in deiner Weise nur erstens wo die Glas drin ist, damit da Licht reinkommt. Äh, und, äh, ja, dann kannst du halt auch nicht so viele Bienen auf einmal von, äh, der Sorte reinpacken. Äh, ja, und das Schlimmste ist halt wirklich, du hast, würd ich die jetzt alle freilassen, wären da irgendwie 60 Entities unterwegs, die alle einzeln berechnet werden und dann, ich würd's sagen, der Server macht dann direkt die Grätsche. Also, das hab ich mit meinem Privaten geschafft, ähm, dann geh ich davon aus, dass der das hier erst recht nicht abkann. Ja, ich, äh, das war auch ein kleines Restprojekt, aber ich brauch auf dem Server, aber nur mit vier Leuten, so, das war die Fähigkeit. Erstmal, das könnte man das nochmal machen. Ja. Nö. Ich mein, jetzt sind wir auch gerade zu Hause. Denken, das geht noch. Aber normalerweise sind wir ja manchmal mehr oder merkt man das auch. Ja, ich, ich, ich hab aber euer Upgrade gemerkt. Ähm, die, die letzten Tage, oder bevor ihr das Update rein habt, reingeschoben habt, äh, war auch schon bei sechs Leuten, dass man Blöcke irgendwie immer so drei, vier Sekunden später bekommen hat. Aber jetzt geht das ja völlig klar. Ja, das muss ich auch sagen, jetzt so mit sechs Leuten kann man das easy machen. Hier, so mit Abbaum geht fit und sowas, ne. Ich hab das mal so bei zehn, wo wir mal kurzzeitig wieder zehn waren, hab manchmal so die Märkte ein bisschen, aber sonst geht's eigentlich ganz gut. Ja, auf jeden Fall. So. Brauchst du irgendwelche Materialien? Da müssen wir dann so ein bisschen Democrats aufpassen. Ja. Ha, ha, ha. Ja, ha, ha. Ja, ha. Ja, ha. Ja, ha. Ja, ha, ha. Juhu. Ja, ho. Ja, da kannst du leider nur 15 Stück von nehmen. Äh, wie heißt das? Du musst mir das leider buchstabieren. Ich habe recht, schreib. Ja, ich habe nur eine White Flower. Und einmal einen, äh, Starbuncles Shard. Also S-T-A-R-B-U-N-C-L-E und ein Shard. Also S-H-A-R-D-S. Äh, leider nicht, aber es laufen, es laufen doch überall Starbuncles rum. Ach, die droppen das? Diese kleinen Elfenviecher da, oder? Ja, genau. Und denen gibst du einfach ein, äh, Goldnugget, wie das in der Beschreibung steht. Und dann droppen die das. Ach was. Ja, okay. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wie ich das bekomme, weil, wie du siehst, habe ich ja jetzt die normale Mensa-Rüstung an hier, die Lina, ne? Und ich möchte jetzt die Aqua-Mensa-Rüstung quasi machen, für, äh, die, da hast du ja hundert, hundertfachen Mana-Boost drin, ne? So, das ist ja übelst heftig. Ja, ne, und, äh, die anderen Sachen, die kriegst du, indem du die einfach jagst. Hm, aber ich weiß nicht, wo die... Ich hatte auch schon geguckt, äh, für den Wixi-Kildrone brauchst du ja auch, wie, was war denn das nochmal, was man da brauchte? Äh, da genau, Wixi-Scharme brauchst du ja dafür, und um den Wixi-Scharme zu bekommen, brauchst du Wixi-Shards, und die kriegst du nur, äh, indem du mit einer Hexe... Also, was ist denn ein Dispel? Obtained by using Dispel on the Witch while it less than Hull fährt. Hast du das schon mal irgendwie gefunden? Nee, überhaupt nicht. Weil diese Zaubereikraben, das ist ja auch übelst okay, da kannst du dich ja richtig krass mit boosten, ne? Ja. Gerade, gerade mit dieser Mana-Rüstung und sowas und den ganzen Zaubersprüchen, du kannst ja ja sämtliche Flammsprüche, du kannst ja Feuer spucken irgendwann und irgendein alles einfrieren oder keine Ahnung was, das ist ja richtig okay. Ey, ich hab das noch nie gespielt, das wollte ich, das ist so eine der Sachen, die ich mal ausprobieren wollte. Aber Dispel ist ein, äh, oder das, glaub ich, ist einfach Diespel? Oder Dispel? Dispel, ja. Ist, ist ne Glüh für die, die... Ich denk mal, das kommt dann einfach drauf an, wie du die Witch tötest. Na gut, das kann sein. Aber... Und bei Create warst du übrigens drin, ne? Ne, ich hab nen Fahrstuhl gebaut. Ja, okay, du wolltest das aber mal ausprobieren. Ja, genau. Wusstest du, also weißt du rein zufällig, ob man Kräfte auch per Funk übertragen kann, rein hypothetisch? Über ne bestimmte Box? Weil ich weiß das so aus Anhieb jetzt gerade nicht mehr, weil... Also... Vorne bei meinem Haus den einen Turm, da wird sich ja übelst ne Windmühle zum Beispiel auch anbieten, so, ne? Aber ich will ja nicht einmal durchs ganze Haus mit so ner Stange da durchbohren und den ganzen Getrieben und so, das ist ja mega unpraktisch, so, ne? Also, ähm, ich hab mich entschieden, das mach ich nicht. Ähm, ich baue einfach nen Elektromotor und klatsche überall irgendein Gate oder sowas ran. Und dann laufen die so und alles andere ist halt nur Deko. Also so ne Windmühle würde ich auch eher als Deko machen, besonders in diesem Modpack. Ja, genau. Und der ist sogar, glaub ich, oder einfach nur Motor? Ja, der ist sogar, der Basic Motor ist relativ easy zu craften. Das einzige Problem ist, dass man diese Magnetic Blocks braucht. Die kann man nicht craften, die muss man in der Overworld finden. Und die gibt's auch nicht in der Mining Dimension. Ja, das ist natürlich der Sinn. Da musst du erstmal wieder lange so ein Haarlerkriegen. Und weil ich seh hier schon, ja. Ja, und sonst machst du die nächste Stufe. Das ist mit nem Energizer, ähm, lädst du nen Eisenbarren auf. Und dann kannst du schon den Strong Motor bauen. Das ist bedeutend einfacher. Hm. Ja, und alle anderen brauchen halt Mechanical Crafter. Weil, um die ganzen Sachen ja anzutreiben, wie den Mixer oder die ganzen Maschinchen, sag ich jetzt mal, Warrior Drehmoment. Ja. Und deswegen, die musstest ja ranfliegen, ne? Ja, genau, deswegen hatte ich auch einfach nur an Motor gedacht, da bleibt die Base wenigstens hübsch. Ja, das ist nämlich auch nur, weil mein Mann guckt gerade mit Base wenigstens bleiben. Und ich hab da oben der Schlafzimmer in dem Einturm. Darunter hab ich ja von, äh, ach wie heißt das nochmal, Mystica Articulture, das Alltag quasi. Und da drunter soll dann auch nochmal, ach wie ist die Motte nochmal, Evil Quap, genau. Hier der, der kleine Türmchen hier quasi. Ah. Und da dann ne Windmühle drauf? Ja, genau, hier oben über dem Bett quasi. Hier passt das ja eigentlich gut rein, so, ne? Hier ist so ein kleines Löchlein. Da könntest du jetzt so ne Stange rausführen, so vorne. Und könntest da ne schöne Windmühle ran platzieren, ne? Ich weiß grad nicht, wo du bist. Ah, da. Vor dem Haus. Ah, das. Ja! Hier ist ja, wo es blau ist, so. Ja, auf jeden. Da könntest du halt voll gut rausgehen mit ner Windmühle, ne? Ja, die Windmühle dreht sich ja so. Ähm. Und dann würde ich wirklich einfach auf Elektromotor gehen. Ja. Aber der Baustier ist cool. Hast du das selbst gebaut? Oder Anleitung, oder? Äh, ne, ich hab das tatsächlich selber gebaut. Also, ich hab mal so ein ähnliches Haus schon mal gesehen. Mhm. Und dann hab ich den Rest halt selber gebaut. Also, von dem Dachstil, das hab ich mir halt von dem abgeguckt, was ich mal gesehen hatte, so ungefähr. Ah, okay. Bloß, dass ich das jetzt mit dem Modded-Ding an. Noch vorher waren das halt Treppen bei dem, der das genutzt hat. Ja. So. Und, ähm, ich hab das jetzt halt mit denen gemacht, weil ich finde, das sieht sogar noch ein bisschen geiler aus. Auf jeden Fall. Und das Konstrukt hab ich halt selber gebaut. Und so, ich hab mich also an den Dachstil quasi orientiert. Ja, ich bin entweder, äh, ne, ich bin grottig im Bauen. Ähm, ne andere Frage noch. Äh, das hab ich bis jetzt noch nicht eingesetzt. Ich wollt's nur einsetzen. Ich, kennst du die Mod Lightmatica? Lightmatica? Sag mir jetzt gerade so nichts. Ähm, das ist ne Kleinzeit-Mod. Damit kannst du, ähm, Schematas einfach in die Welt reinladen. Und hast dann so gesehen, so gesehen, ne Bauvorlage. Ah, okay. Also kannst du denn quasi da wahrscheinlich Scripts oder irgendwelche Blaupausen quasi laden. Genau. Und dann kannst du die quasi erstmal frei rumplatzieren. Und kannst das dann Block für Block nachsetzen, dass da so Schatten angesetzt werden. Genau. Ist sowas in Ordnung? Ja, absolut. Gar kein Stress, das kannst du machen. Okay, super. Sodass, ähm, oder halt wie du auch mit deinem Randomizer, da hattest du da sowas. Alles, was kleinzeitig ist, das darf frei genutzt werden quasi. Okay, ja. Du kannst dann natürlich X-Ray oder sowas. Ja, ne, ne. Äh, das nicht. Ne, ähm, den, den anderen Mod, den hatte ich bis jetzt auch noch nicht, äh, ausprobiert. Da hätte ich jetzt auch noch nachgefragt. Ich dachte nur fürs, äh, hier wär's das für, für den Anfang die Straße erstellen. Ach, da hatte ich keine Lust. Ja, da bietet es sich ja irgendwie an. Aber was für ein Jitpack hast du bei Alde Modus oder was? Äh, ja, genau. Ja, okay, jetzt verstehe ich auch, warum ich hier die ganze Zeit so leicht runtersinkt und das wie Gret. Ja. Weil ich hab nämlich Diamond. Ah, okay. Ne, ähm, ja, ich hab einfach schon mal das Angenehme gebaut. Ah, und ab Alde Modium machst du quasi, singst du quasi gar nicht mehr, dann hast du schon Freizeit. Äh, äh, ja, so in der Art, nur dass du halt bedeutend schneller bist. Mhm. Ja, dann musste ich das auch mal machen. Also 100 Alde Modium hab ich noch. Vielleicht reicht das auch. Äh, ja, das reicht auf jeden Fall. Du brauchst irgendwie, ich glaube, 5 oder 6. Also relativ, oder? Oh. Oh. Ich glaube mehr, weil du musst ja einmal unten immer die, äh, ja, äh, warte mal eben, ich werd grad angerufen. Kleinen Moment. Alles gut, kein Stress. ? Äh, sorry, ich hatte die Notfall-Rufbereitschaft vom Kollegen übernommen. Ah, so, ja, alles gut. Das weiß ich ja schon, das hattest du mir ja schon mal erzählen, wen du bereit hast. Genau. Äh, aber hat man das gerade gehört? Ich habe nur auf dem Tablet rum... Okay, dann wurde das nur im Stream pausiert, aber... Ja, aber zum Glück nichts Schlimmes. Ja. Ähm. Ja, also, Modium, ich glaube, du brauchst da sogar Blöcke für. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ja, ich wollte erst mal Emerald jetzt machen und danach geht das ja sowieso Stück für Stück nach oben, ne? Dann musst du ja wirklich jedes Jetpack warten, um ans End-Jetpack quasi zu kommen, ne? Ja, genau, und dann gibt's das... Sonst kann man halt Schritte überspringen. Dann gibt's halt das Problem, dass irgendwie Iron Jetpacks mit dem Crafting-Rezepten von... Refined Storage nicht zusammenarbeitet und musst jedes einzelne Handels bauen. Ja, also, du kannst... Du musst nicht alles denn gestalten, aber du musst halt dein Deck noch wieder rein. Ja, genau. Das ist ein bisschen nervig, aber hey, machst du einmal, dauert drei Minuten und dann bist du durch. Genau. Sag mal, diese Hesenschuhe, die du da hast, hast du schon verlegt am Paragon, oder? Äh, Leid... Warte. Wie heißen die noch? Das ist noch überlegt, ne? Nee, leider gar nicht. Aber ich kann mal eben was ausprobieren. Und? Weil ich hab leider nur die Kitty-Dinger und die bringen mir gerade gar nichts. Außer, dass mir ein Creeper nicht mehr auf den Sack geht, aber... Weil du kriegst ja absolut gar keinen Fallschaden mehr, ne? Nee, das war ich auch gerade am überlegen. Moment. Vielleicht krieg ich noch nicht mal den Sound abgespielt. Hm. Oh. Ja. Hast du schon ein paar Kitty-Slippers? Nee, aber... Brauch ich eigentlich auch nicht. Ich hab eigentlich alles... Ja, durch die Rüstung allein ist ja relativ viel ausge... ...geglichen worden. Okay, also kriegst du jetzt trotzdem keinen Schaden, wenn du von oben fällst, oder wie? Nee, genau. Also ich hab's gerade ausprobiert, deswegen bin ich nach oben geflogen. Und ich hab kein Feather-Falling oder sowas drauf. Naja, ich hatte Feather-Falling, aber nur vier so. Und das reicht halt gar nicht so, ne? Das reicht vielleicht ja von der zweiten Etage aus nach unten, das ist okay. Aber wenn ich selbst so in der Dachspitze springe, dann ist schon Feierabend, ne? Ja, okay. Und das ist ja wirklich nicht hoch, also manchmal fliegt man ja wesentlich höher und dann... ...klack, liegst du da, ne? Ja. Nee, ich glaub durch euer Modium geht das, äh, der Fall-Damage weg. Okay, ja gut, ich hab jetzt hier unter der Rüstung quasi nur, warte mal, Netherite. So. Ich hab ja meine Deko-Rüstung an. Ja, das wollte ich auch noch machen, weil wenn man kein, wie heißt das gleich noch, äh, kein hübsches, wie heißt das, äh, Ressourcen-Pack hat, wo euer Modium auch mit drin ist, sieht die Rüstung ja mal sowas von hässlich aus. Ich find bei, also bei meinen, ich hab hier so ein, äh, äh, Hardly, ähm, Texture-Pack jetzt gerade drin, so, und, äh, das sieht echt gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ähm, ich wechsle halt gelegentlich mal rum, ich, äh, entweder nehm ich halt, hatte ich dir ja schon erzählt, hier, sag schnell, wie heißt das nochmal, das nutzt du auch. Äh, Spex. Ähm, Spex, genau, oder halt, äh, Vanilla-Minecraft-HD-Pack-Effect, also, das ist wie die ganzen Vanilla-Blöcke, bloß, dass die halt zehnmal so hoch, äh, von der Auflösung sind, irgendwie 1.200 Koppers-Auflösung. Ja. Sieht halt schon extrem krass aus, also, äh, die, ja, alleine die Bricks, wie tief die, äh, sind und sowas, ne? Die haben halt richtig krasse Tiefe drin und so. Ja, da hab ich mit dem, äh, wie heißt das gleich, mit dem Shader-Pack hab ich da ein bisschen was gemacht. Das funktioniert bei einigen... Was für einen Shader benutzt du eigentlich? Das wollte ich dich auch nochmal fragen, weil der sieht ja mal übelst heftig gut aus. Das ist der, der hier im Mod-Pack drin ist. Ach was, äh, der, äh... Äh, Unbound. Unbound. Genau. Ah, okay. Ja, ich hab den anderen von denen, warte mal, wie hieß der denn nochmal? Ah, ich muss mal eben gucken. Aber ich hab da noch ein paar Ein... Äh, Unbound hab ich auch, ja. Ich hab da noch ein paar... Äh, ja, ich hab... Oh, wie heißt der? Irgendeinen YouTuber, den guck ich immer ganz gerne, der hat ein Video dazu gemacht. Mhm. Ähm, und der hat dann so ein paar Einstellungen gezeigt, wie... Ah, fällt mir grad nicht ein. Äh, man kann irgendwie einstellen, dass die Kanten von Blöcken bisschen hervorgehoben werden. Und jetzt, ähm... Sieht auch deine komplette Rüstung total übertrieben aus. Also deine Deko-Rüstung. Mhm. Und... Okay. Okay. Das war interessant. Wieso bin ich rausgeflogen? Fade to connect to server. Okay, Internet habe ich noch. Ich streame sogar noch ohne Paketverluste. Interessant, ich starte mal das Spiel neu. Okay. Komisch, komisch, komisch. Oh Gott. Meine Webcam ist pink geworden. Wenn ihr 34 Zoll in die Fresse leuchtet. Und hey. Okay. 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 Ich habe sogar die passende Flüssigkeit dafür, die ich rauche. Multiplayer. Cannot connect to server. Okay. Ich war nicht schuld. Warte mal eben. Ich guck mal ob irgendein anderer online ist. Oh Gott. Jetzt muss ich noch wissen, wer streamt. Moment. Nö. Und scheint es gerade keiner aus streamen. Ah, jetzt. So langsam geht es wieder. Ähm. Leider so aktuell glaube ich gar nicht. Da bin ich aber raus. Ich bin nur Teilnehmer. Da müsste man den Admin fragen, mit dem wir uns gerade unterhalten haben. Also René JFK. So heißt er eigentlich in jedem. Oh Gott. In jedem seiner, ähm, Social Medias. Aber, äh, ich glaube wir sind jetzt 22 Leute. Und der Server hat schon bei 6 Leuten Probleme. Ähm. Ja. Deswegen weiß ich nicht. Also da bin ich. So ein bisschen raus. Hallo. Oh, gesperrt. Vielen Dank. Vielen Dank. Also komme ich jetzt auch, weil ich jetzt die Bunny Hops nicht habe. Moin. Hallo, da ist er ja wieder. Ich habe nur geguckt, ob nicht irgendwie meine Mob-Farm vielleicht zu viele Sachen gespawnt hat, aber da ist alles in der Trash-Can. Ich wollte nur sicher gehen. Irgendwie war Absturz oder was war hier eben los? Ja, Calvin ist schlafen gegangen, dann ist Tag geworden und da war alles weg. Ja, weil ich, keine Ahnung, ich bin heute wieder draufgekommen und dann bin ich das Problem oder da gibt es so neuer Spieler drauf. Ist er okay? Ja, genau. Also bei mir wurde auch irgendwie für zwei, drei Minuten angezeigt, sechs Spieler sind online und dann war der Server offline. Aber ich bin nicht draufgekommen. Oh, komisch. Weil eigentlich hat er mich erst rausgeschmissen wegen einem Timeout und ich so, okay, das mag vielleicht mein Internet sein. Ja. Ist ja bei mir häufiger der Fall, so ne? Und dann refresh ich die ganze Zeit, versuche auch zu joinen und ich habe null Spieler da drauf. Habe ich, habe mir jetzt alle Timeout. Ja, fand ich auch. Also wir sind ja mitten im Gespräch rausgeknallt. Ja, genau. Mal gucken, ob es jetzt einfach wird. Ja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ja, wenn er gleich wieder weg ist, wissen wir es, es liegt am Schlafen. Ich will jetzt nicht mehr schlafen. Ja, komisch. Ne, sieht aber gut aus. Oder irgendjemand hat das Podest gedreht. Vorne? Das kann wieder sein, das führt echt zu Lex. Weil das Ding ist, das hier ist ja so gestunt quasi. Wir haben das ja extra so gemacht, dass es so schräg ist. Ja. 45 Grad, das kannst du eigentlich ja nicht machen. So, aber wir haben das trotzdem hinbekommen durch die Create-Blöcke quasi. Du kannst das hier einstellen, dass das 45 Grad dreht. Und dann haben wir das in dieser Position quasi gefreezt. Ja, vielleicht ist es das. Ja. Ja, komisch. Ja. Ja, das Ding ist, da in dem Raum, wo du drin warst, da hast du ja auch außer Seelen ein kleines Secret geöffnet, ne? Weiß ich nicht, ob du es gesehen hast, aber... Ne, der Server war direkt weg. Okay. Ne, ne, also eigentlich ist unterm Spawn ein kleines Versteck quasi. Ähm, was jetzt Sonntag enthüllt wird, sag ich's mal so. Oh, cool. Ja, da freu ich mich drauf. Ja, weil da haben wir was vorbereitet. Da gibt's drei Rätsel quasi. Und wenn alle drei Rätsel gelöst sind, dann öffnet sich quasi... Ja, ein Fahrstuhl kann man es nennen. Nice. Ja. Ja. Ich... Ich wollte gerade sagen, ich will mich überraschen lassen. Das wird bestimmt lustig. Ja, ähm... Ich bin mal gespannt, ob die Rätsel eventuell auch nicht so schwer sind. Aber ich hab die gar nicht so schwer gemacht. Also das sollte hier jeder hinbekommen. Ja, mal gucken. Wir waren stehen geblieben bei Shader und, äh, was du da eingestellt hattest, tatsächlich. Ja, genau. Also ich hab eigentlich nur die Anleitung von dem befolgt. Ich wollte nachgucken... Vielleicht war das auch, weil ich auf YouTube war. Und? Bei Grafikkarten technisch hab ich auch mehr als genug Platz. So, das, äh... Deswegen ich spiel auch immer sehr gerne mit Shader und so. Ich hatte letztens mal spaßeshalber den Shader ausgemacht, ne? Es sieht so lieblos aus, Minecraft-Standard, ne? Ich weiß gar nicht, wie manche Leute ohne Shader spielen können. Das gibt so viel schöne Wärme und Farbe und so. Das ist so, so angenehm. Ja, auf jeden Fall. Also ich hab ihn, ähm... Deswegen, ich spiel auch so gerne mit Shadern. Das ist egal, welches Ressourcen-Pack du drauf hast. Shader sind immer besser. Ähm... Äh, ich hab ihn... Vor einigen... Schafft meine Grafikkarte auf saubere 120 FPS, Alter. Das kann man hier noch zocken, so. Das ist ja voll in Ordnung. Äh, okay. Ich... Ich hab nur... 91. Hast du eine Grafikkarte? Äh, ne... 3080. 3080? Oh, die schien relativ gut. Die hat 12 GB oder so. Äh, nee. Leider nicht. Ich hab die erste Version. Und die haben sie auf 10 beschränkt. Und diese 2 GB machen sich echt bemerkbar. Ja, ich hab einen mehr als du. Also, ich hab die 1080 Ti. Und, äh, da kann ich mich nicht sauber bezocken. Äh, also 1 GB bringt schon... ... auch ganz gut, muss ich sagen. Ich hatte vorher mal... Auch Megahertz-Leistung macht extremst viel aus. Ich hatte da vorher mal die, ähm... Slim-Version der 1080. So, damit ich die in mein Gehäuse reinkriege. Weil ich da mal ein kleineres Gehäuse hatte. Also Mini-ATX-Gehäuse. Oh Gott, ja. Und, äh, da hab ich das sofort gemerkt. Weil die war, äh, dadurch, dass die kleiner war, hatte die nicht so die Megahertz-Leistung und so. Und, ähm... Das hast du sowas von gemerkt, weil die halt arschlangsam war. Die konnte vielleicht die Grafik hochhalten, aber... ...nicht so gut wie die jetzt so, ne? Die 1080 Ti. Und wie war das mit der Lautstärke? Das muss ja auch übelst laut gewesen sein, oder nicht? Ja, weil die kleinen Lüfter ja wesentlich mehr machen müssen als die großen von meiner jetzigen, ne? Ja, ja, genau. Meine jetzigen, äh... Meine jetzige Grafikkarte, die hör ich fast nie. Also, wenn die Lüfter überhaupt drehen, also, das ist sehr selten der Fall, weil das ganze Ding ja wesentlich größer ist und dadurch eine wesentlich größere Kühlleistung auch hat, weil das sich alles auf eine größere Fläche verteilt, die Hitze, ne? Ja. Ähm... Ja, kommt natürlich drauf an, was für einen Monitor du noch angeschlossen hast, aber sonst eigentlich ja... Ja, gut, also mein Hauptmonitor ist ein 32-Zoller 4K HDR-Bildschirm. So, das ist eigentlich ganz nett. Und mein Zweitbildschirm ist ein 32-Zoller Full-HD-Bildschirm quasi. Oh. Ich spare jetzt gerade aktuell mit Scheißegal-Geld auf, äh, nenn... Hier, Asus hat den neuen Monitor mit QD-Lads vorgestellt und den will ich mir kaufen. Aber LED ist immer gut, äh, MP, gerade QLED ist richtig geil. Ja. Ja, nur 1400 Euro für einen Monitor ausgeben, aha. Ja, aber LED, ich habe jetzt normales LED mit HDR-Bildschirm quasi und das ist ja auch schon so, dass wenn es schwarz ist, dass das wirklich schwarz ist. Mhm. Und wenn du weiß hast, dass das ja wieder... Also, ey, wenn ich manchmal weiße Tabs öffne, so, also alle Lichter im Raum aus sind, sage ich jetzt mal, äh, weil man, äh, äh, oder nur LED-Zeiten anhat im Raum, so, die sind ja nicht so nett. Okay. Anscheinend darf man sich nicht unterhalten. Oh. Oh. Komisch. Ist das, weil René und ich uns die ganze Zeit unterhalten? Das ist aber blöd gefragt. Oh mein Gott. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich hatte vorhin eine kleine Aufnahme gestartet. Die lief für 38 Minuten und die hat jetzt 13 GB intus. Voila. Ja, aber die hängen ja die ganze Zeit eigentlich im Voice-Mod. Deswegen wundert es mich. Und wir haben ja auch vorher schon viel, viel länger uns unterhalten. Aber, dass die dann den Server wegcrasht, crashen lässt. Oder ist es wirklich nur mein Voice-Mod, weil... Sehr, keine Ahnung, komisch. Oder die anderen machen da irgendwas und testen irgendwas aus. Ja, jetzt ist er weg. Wollen wir dann die Zeit eben kurz nutzen und einmal eben eine kurze Pause machen. Und dann würde ich gleich wiederkommen. Das würde ja eigentlich gut passen, weil ich muss mir auch nochmal was Neues zu trinken holen und sowas. Und dann ist der Server auch wieder da. Dann kann sich jeder nochmal was zu trinken holen, was zu essen vielleicht und keine Ahnung. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, genau, das dachte ich mir halt auch. Also, bis gleich, Freunde. Und dann... Und dann... Amen. 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 So, probieren wir es nochmal. Wenn er gleich wieder crasht, bin ich schuld. Das merkt man aber auch, denke ich, ne? Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ah, Kollege, der AE ist auch da. Jo, moin. Ja, ne, Server ist wieder weggequashed. Ich denke mal, das liegt daran, dass ein paar Leute gerade von uns auf Erkundungstour sind und irgendwelche Ressourcen gerade wahrscheinlich vor sich haben, die der Server nicht bearbeiten kann. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir da was als Lösung finden. Okay, steht denn was in den Logfiles drin? Äh, Calvin? Äh, Calvin? Kannst du da mal die öffnen oder muss ich mich jetzt gleich erstmal einloggen? Wenn ich wieder... Ich weiß gar nicht, wo ich da noch suchen soll. Ben ist aber auch gerade online, aber ich will den gerade nicht auf den Sack gehen. Mhm. Weil der ist halt immer. Ja. Sonst muss ich gleich mal eben gucken, weil, äh... Ja, oder wir müssen Ben schreiben, mir ist das egal. Also, musst du sagen. Ne, ich schreib jetzt erstmal auf, wenn ich jetzt von jedem Koordinaten habe. Mhm. Schicke ich die da weiter rein. Das muss halt kontrolliert werden. Das ist erstmal außer Frage. Ja, das auf jeden Fall. Weil, äh, äh, Dai und ich, wir standen hier nur auf der Stelle, wir haben nichts gemacht. Lass uns unterhalten. Es kann auch keine Farben sein, also... Ja, ich muss... Wenn eine Farben wird, würde das jetzt nicht verursachen. Ja, ich dachte auch erst, äh, das liegt am Voicemod, weil... René und ich uns jetzt seit... ...drei Tagen das erste Mal wieder unterhalten haben. Und seitdem... ...crasht der Server weg. Ja. Ja, sieht ihr, es wurde gesagt, ihr sollt euch nicht unterhalten. Äh... Ja, nicht gelaufen, ey. Zu viel Technik. Ich kriege quasi ausgetauscht. Da hat der Server gesagt, so, ne. Ja, daran muss ich auch denken, da ist so ein Voice-Filter drin, der... Ja. Ja, aber an sich finde ich die Voicemod echt top, muss ich sagen. Also, die ist ja echt fast wie Discord, ne. Also, das ist echt mega... Bin ich echt... Von überzeugt habe ich vorher so noch gar nicht benutzt, in irgendwelchen anderen Projekten, weil wir da immer irgendwie im Discord alle zusammengehangen haben. Ich mein, für vier Personen reicht's ja auch, äh, in Discord zu chillen, so, ne. Ja. 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 Alles klar. Wir sprechen uns alle, ihr alle drinnen wieder. Tschüss. Jo. Tschau. Ja, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. So, ich hör schon mal meinen Jetpack im Hintergrund rascheln. Oh, da ist es mein C. Oh, da ist er wieder. Oh, da ist er wieder. So, ich fange raus. Jo, moin Sehr schön Dann kann ich dir ja beim dritten Versuch jetzt mitteilen, wie der Typ hieß Ja, genau Ich hab die Seite schon wieder verloren Also, ähm, das ist Disturb Disruptive Builds Der hat ein Video Genau Minecraft looks better than ever with these mods Und da zeigt er halt einfach nur Sodium Und wie er seinen Shader eingestellt hat Und das ist halt dieser Unbound Und, äh, ist eigentlich nur, dass alles ein bisschen mehr poppt Genau So, wie hieß, hätten wir jetzt nochmal genau Disruptive Disruptive Ah, Disruptive Builds Ja, genau Oh, der war uns aber auch schön in der Sache Wenn ich gerade so einhere Ja, bei dem hab ich die ganzen Create-Sachen gesehen, die ich machen wollte Ja, tausend days created Ja, genau Oh, cooler Kanal, den haben wir nie geschlossen Ja, hab ich auch gemacht Also, den Oh, Gott Das guck ich mir auf jeden Fall gleich mal an Ähm Ja, auf jeden Fall Eine Frage Das wollte ich nie irgendwie in den Chat reinschreiben, weil alle immer ZZZ schreiben Äh Kennt ihr den Sleeping Bag? Ja, doch Oh, okay Weil ich immer denke, die Ja, also, ich hab auch ein Sleeping Bag Oh, ja, moin Da hat der Welt gespuckt Ja Ne, das war nur ne Ne, da auch einen, aber ich hab oben halt ein Schlafzimmer und aus Protest geh ich da rein So Außer ich bin unterwegs, so Aber wenn ich hier auf ein Grundstück bin, geh ich aus Protest da rein Ja Man baut sich ja nicht umsonst ein Schlafzimmer, so, weißt du Ne, da hast du recht Das hat mich nur gewundert, weil halt alle Und da denke ich mir so Ähm Wir haben ja sogar eingestellt, dass, glaube ich, mittlerweile nur noch einer schlafen muss Ne, 25% Ah, okay Das heißt, wenn 20 Leute da sind, halt 25, sind dann, glaube ich, 3 oder 4 Ja, okay Also nicht viel Ja, hat mich nur gewundert und ich wollte das nicht so reinschmeißen Alles gut Ne, gut Ich weiß nicht, ob jeder weiß, dass man Sleeping Bags hat, aber ich weiß auf jeden Fall Calvin, Tronic, Paterina hat einen Ja, okay Ben und, äh, äh, hier, Deadbrain haben auch einen Star Destroyer weiß ich gerade gar nicht Kev und, äh, Enderman Sockt haben, glaube ich, auch beide einen Also, ähm, überwiegend hat, die momentan online ist, hat das eigentlich Ja, okay Dann ist das wirklich nur die mangelnde Anzahl der Personen Ja, genau Oh Okay, ähm, ich werde dann mal wieder nach Hause Nicht, dass der Server gleich wieder crasht, weil wir uns unterhalten Ja, nee, das ist, äh, das, äh, nicht, dass wir Unglück bringen, ne? Ja, genau, das dachte ich wirklich auch schon Alles klar, dann wünsche ich dir was und wenn ich Fragen habe, komme ich nochmal auf dich zurück Aber dann komme ich dich mal besuchen Ja, kannst du gerne machen, ich hoffe, dann ist meine Basis auch mal irgendwie ansatzweise hübsch Och, Mensch, also von der Struktur her gefällt mir deine Idee auf jeden Fall schon sehr gut Jetzt muss die nur noch in der Tat umgesetzt werden Äh, ja, das ist das Problem Ja, richtig, bei mir ist ja schon so langsam, äh, ein bisschen was da Ja, äh, ich, ich, ich war lange nicht mehr am Spawnen und jetzt fühle ich mich schäbig Weil alle schon große Bauten und sowas alles haben Ja gut, der Kollege nebenan, der baut ja eine richtig dicke Burg, ne? Äh, ja Also, äh, hast du das mal von oben betrachtet von der Map aus? Also, also... Ja, ich sehe es auf der Minimap Ja, genau, da siehst du ja einmal, wie groß das Ganze wird, also... Ja... Riesig Da ist mein Haus ja ein kleiner Kindergarten gegen, ne? Ja, du hast ja aber auch ne... Noch ne Möglichkeit, weiter nach hinten zu bauen, ne? Ja, ich hab ja extra einen Berg reingebaut und will denn hier quasi auch noch da was in Spawn an den Teer gezeigt Mit den Reaktoren, den ganzen Namen da in der Höhle drin, ne? Genau Bietet sich halt auch echt perfekt an mit der Höhle, muss ich sagen Ja, ja, bei mir ist, äh, auch den Eingangsbereich, äh, der bleibt so, wie er jetzt ist Da kommt nur was vorgesetzt und dann der Rest ist alles, äh, innen drin, ne? Ja, ich find das auch angenehmer, also ich hab, bau auch gerne so ne Häuser, muss ich sagen Aber grundsätzlich, wenn du viel mit Mods machst und viele Maschinen und diesen ganzen Traum Das ist in so ein Häusern immer doof unterzutreten Ja Weil du ja irgendwie auch das alles nicht offengelegt da die ganzen Kabel haben möchtest Und in dem Berg drin, ne? Da kannst du einfach eine Wand, äh, hinter den Tunnel langziehen, weißt du? Dann legst du die ganzen Kabel und dann kannst du vorne die ganze Maschine in die Wand einlassen oder sowas, weißt du? Ja, auf jeden, das ist bedeutend entspannter Also, so mach ich das auch jedes Mal, irgendeine Höhle und dann kommt da alles rein Ja, und dann kannst du einfach da einen langen Gang, äh, langen Gang machen, dann da ein paar Räume reinziehen Du kannst da bauen, wie du möchtest, so, weißt du? Von außen sieht das denn immer komisch aus, wenn du die Räume so komisch verteilt hast Ja Ein Haus wäre, aber in der Höhle juckt's ja keinen, das sieht eh keiner nachher, ne? Ja Ne, also, äh, ich hab denselben Baustil Ähm Ja Ja Okay, dann dir noch einen schönen Abend Danke für die Rundtour Und dann, äh, ich hoffe viel Erfolg noch mit dem Surfer Ja, kommen wir mal, ne? Ja, genau Ciao So, das da unten ist fertig, das hier muss jetzt auch fertig sein Dann können wir eigentlich starten 70, 10, 70 Okay, deal Guck mal, wie sich das ausgebreitet hat Cool So, jetzt muss das hier oben nur noch alles weg So Aber dann können wir jetzt mal kicken, wie unsere Bienen aussehen Oh Da muss man, boah, nicht, wenn man durch das So So 15 18 Oh Nice Ah, das ist doch schön Oh Habe ich die Falsche weggeschickt So Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schön langsam wird's. Untertitelung. BR 2018 I don't. I don't. I don't. I don't. I don't. I don't. Okay. 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 Wie mach ich das hier jetzt am besten? Also, ich will das anschließen. Okay. 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 Hier auch. Oh, ja. Oh, ich habe keine Äpfel. Ah. Ich habe aber Nature. Nice. So. Können wir das noch nutzen? So. Boble. 10. So, wie können wir jetzt gelbe Herzen herstellen? So. 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 Glückwunsch. So, cage. So. Okay, dann gucken wir mal um. Äh, Bienen. Jetzt ein schönes Dach. Äh, Bilder. So, und jetzt wird's interessant. Dom Hollow. So, und jetzt wird's. So, und jetzt wird's. So, und jetzt wird's. Okay. Ups. Äh, das wollte ich nicht. Okay, ähm, dann bau ich das mal eben wieder zurück. Und jetzt wird's. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Warum ist das hier? Ist der jetzt fertig? Ach, ich hätte wahrscheinlich Solid machen müssen. Oh ja, genau so wollte ich das haben. Oh ja, genau so wollte ich das hier. 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 Okay, das passt. Jetzt kommt der. Okay. So, jetzt ist die wilde Frage, in welcher Farbe kleiden wir das alles aus? Okay. 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 Okay, okay. 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 Oh, ah, dann. Okay, das war nicht gut. So. Crafter, nehmen wir noch drei, vier. Okay, das war nicht gut. Okay, das war nicht gut. Okay, das war nicht gut. Okay. Oh. So. So, dann sind die Crafter jetzt auch mal, oh Gott, bedeutend schneller. Der hier sollte auch schneller sein. Nicenstein. Äh, Dark. 5.000. Oh, ja. Oh, ja. Oh. 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 Vielleicht sollte ich die vorher noch umschreiben. Das war's für mich. Oh, 20 also. Okay. Bilder. 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 What do you mean? There you go. okay gucken wir uns mal den bilder an okay das reicht nice dann kriegen wir da jetzt ein schönes holzdach rein ich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott Ich bin gerade ernsthaft davon ausgegangen, dass du gerade eben, nachdem du nach Hause gekommen bist, dir eine Kuchenmischung angesetzt hast und dir einen Kuchen gebacken hast, damit du ihn um halb elf abends essen kannst Aber Palworld macht viel mehr Sinn Wo wir uns schon seit Tagen drüber unterhalten Oh mein Gott Ich will jetzt nicht sagen, dass ich auch Bock habe auf Kuchen, aber Ich könnte noch nicht mal bei Maccas bestellen, weil die haben schon zu Und wahrscheinlich jetzt um diese Uhrzeit auch kein Kuchen mehr Oh mein Gott, wie nice Also ich muss ja sagen, ich hätte jetzt auch voll Bock auf Kuchen Oh mein Gott, das ist so schwer Ah, das sieht Ah, das sieht doch alles mega aus Aha, toll Oh mein Gott, das ist so schwer 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 Oh mein Gott Ups. Fatum. Ja, ich glaube, das machst du gerade echt absichtlich und ziemlich gerne mit dem Kuchen und so weiter. Ja, ich glaube, das ist so. Oh. Oh Gott, ist das gemein. Moin. 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 Oh Gott, wo. Ah, da. Hi. Hi. Mensch, wie sieht das denn schon aus? Hast du das schon gefunden? Ja, sauber. Ja, dann steht nur noch der Bienenzucht das Ent entgegen und dann kann ich auch Vibranium herstellen. Ja. Und? Ne, ich hab's schon ordentlich gesehen gemacht. Ja, cool. Ja, nice. Ja, ich versuch so ein bisschen auf aktuellem Stand zu halten und mach dann immer direkt nach dem Stream so ein paar Videos. Ja, es ist sogar noch schlimmer geworden. Aber jetzt hab ich zumindest ein Holzdach. Ja. Oh Gott, warte, komm mit. Hast du irgendwas mit Fallresistenz? Ja, hast du. Ja. Oh. 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 Man kann hier hinten in den Freitod springen. Tja, mit Z-Pack ist es bisschen schwierig. Äh, ja, deswegen entscheide ich das immer zwischendurch aus. Ja, das hier wird die Bienenzuchtanlage. Ja, mit Bienen hab ich das letzte Mal zu tun gehabt. Das will ich dir nicht. Ja, ich wollte mir erstmal einfach nur entspannt Ressourcen generieren und dann mal andere Bots ausprobieren. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich hab mir erstmal mein Loch gebrüllt und dann so nach und nach jetzt. Ah, cool. Wird, wird, wird ein großer Turm. Auf alle Fälle. Ja, da trau ich mich nicht ran. Der sieht dann aus wie ein Cobblestone-Turm bei mir. Also. Äh, ich brauch ne Menge, Menge Konkret. Oh ja. Da kann ich nur, ich hab viel zu spät gesehen, dass man mittlerweile mit den Water Essenzen auch Konkret herstellen kann. Ja, ja, ja. Ich hab's vorher mit den Tanks von Ender I.O. gemacht. Ja. Aber das hat auch ewig und drei Tage gedauert. Ja, das kann ich nicht verstehen. Das weiß ich. Das war schon ne Weile her, aber ja. Ja. Also ab. Also ab. Ja, da gab's halt so dreimal Dreischank aus hier oben. Ah, okay. Ja, nice. Wieviel ist das? Oh. Bisschen mehr. Wie gesagt, bloß ausgehoben erstmal. Du hast angefangen Konkret schon zu setzen. Mhm. Ein paar Ebenen. Ah. Okay. Hast du dir einen weißen Fußboden gebaut? Ne. Mitunter ja. Ah, okay. Dann hab ich dein Loch gesehen. Ja. Cool. Bei der untersten Eber kommt die Mochbaum dann. Bei der untersten Eber kommt die Mochbaum dann. Ah, okay. Mit was machst du die? Einfach nur mit den Spawnern oder mit, ähm, Mobgrinder? Spawner und Mobgrinder. Ja. Nice. Ja, wollte ich auch noch machen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das dekorationstechnisch umsetzen soll. Ja, das wird schon noch. Boah. Ist ja Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ist ja jetzt gerade mal die erste Woche. Versiegen. Ah, okay. Nö, das war ja, wenn ich mit ME mache, hab ich dann Zwischenetagen drinne, wo dann die ganzen Kabel immer langlaufen. Mhm. Ja, hab ich hier auch jetzt gemacht. Also, ich mach mir immer drei, drei Blöcke frei zwischen den Etagen. Dann immer zum Schluss dann Doppelbände. Ja, ne. Lustig. Ich mach, ähm, Refined Storage. Weil ich ME, da bin ich. Ja. Refined Storage mach ich für die Küche. Genau. Ah, weil's da den Küchenanschluss gibt, ne? Genau. Ah. Ja, das ist auch noch ne Idee. Ich hab hunderte von Kartoffeln im Rucksack. Ja, ich, ich find das, das Crafting allgemein mit Refined Storage irgendwie ein bisschen schöner. Aber ME sieht halt irgendwie am Ende doch wiederum geiler aus. Ja, genau. Ja, das find ich so schade bei einigen anderen Sachen, dass du einfach keine Verkleidung dafür hast. Genau. Okay. Und wenn sie bei Refined mehr als Verkleidung dazu haben, dann ist es perfekt. Ja. 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 Und sonst hier, äh, wie heißt das noch? Äh, ich hab sonst immer Frames genommen. Und dann einfach die Wallboards. Ja, das stimmt. Was daran cool ist, ist, ah, wie heißt das? Es gibt so ne Lichtmod, da kriegst du, ähm, so Leuchtleisten. Die kannst du auf die Frames draufsetzen. Äh, Simple Light heißt die. Ja, genau. Das war richtig. Ich, die hau ich da später mal runden. Ja. Ah, mega. Weil da kommen ja, da kommen ja die, äh, die ganzen Blöcke alles noch. Leuchtet mit Leuchten und hier. Ja. Ja, mit, mit den, da bräuchte diese hellen Leuchten. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und ich find Simple Lights, ähm, macht auch ein schönes Licht und leuchtet auch ordentlich aus. Nicht so wie die Flares hier. Die Boden, die Ecken und alles richtig schön mit Leuchten zu verzieren. Das finde ich herrlich. Ja, ich auch. Also, damit hab ich auch im, äh, Anfang des Jahres völlig übertrieben. Und, und an der Decke kannst du halt die Vierecke nicht so schön. Ja. Ja, hier ist jetzt noch dort, aber da. Ja, ich. Ich ausrufe nicht alles. Ja, also, das Loch ist heute erst so groß geworden. Ich mach, ich mach sehr, sehr langsam dieses Mal. Ja, äh, ich. Ja, okay, ich hab sechs Stunden nen Sniffer gesucht, das. Ja, ja. Ich bin schon mal froh, dass ich den Anfang von dem E jetzt habe. Ja, so, so, sobald man irgendwie ein bisschen... Ich hab mir auch am Anfang das Storage-System von... Oh, wie heißt denn das? Dynamics? Integrated Dynamics? Hm. Mhm. Das ist ein bisschen kompliz... Ja, nicht kompliziert, sondern ein bisschen aufwendiger. Aber, äh, damit hab ich dann erstmal den ersten Storage gemacht. Weil ich mag dieses Truhenwirrwarr nicht. Naja, und später, später läuft ja wie so alles, alles über Xnet bei mir. Ja, mit Xnet hab ich jetzt bei den Bienen angefangen. Nachdem ich die Mod gefunden hab, äh, ich bin so begeistert davon. Der Xnet ist herrlich. Ja, also für, für, äh, wie heißt das, schön bauen auf jeden Fall. Und auch, äh, was die an Leistung wieder gibt, das ist der Wahnsinn. Ja. Ja. Die Kick-Karbe? Ja, ja, die, die, das hat zwei verschiedene Anschlüsse. Immer die dünnen. Also die, die, die Anschlüsse nachher. Ah, okay. Ja, ne, doch, da bin ich direkt auf die, äh, Advanced-Konnektoren gegangen. Hm. Ich sag mal so, für die, für die, äh, Gartenglotschen reichen die dünnen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hab sonst, ne, ich hab sonst immer die, überall die Gates von, ähm, wie heißt das, Fluxnet, ne, äh, von Power draufgeklebt. Ja, hab schon gesehen, hab schon gesehen. Und, ja. Ja, die machen sich schon ganz gut. Ja, die haben halt ne unbegrenzte Übertragungsrate, was ganz cool ist. So. Jetzt bin ich am überlegen, was ich noch machen wollte. Ja, Ender-IO sind ein paar coole Sachen dabei. Aber es ist noch nicht alles da. Ne, ich glaub der Mod wird auch nicht richtig weiterentwickelt, sondern das ist so, Fans machen den irgendwie weiter. Mhm. Aber was ich cool finde, sind die, ähm, Glasscheiben. Die konfigurierbaren. Ja, das muss ich noch auffüllen. Sorgt das nicht für Legs? Oder ist das jedes Mal nur, wenn... Mhm. Okay. Ja, ich, ich war mir nicht sicher. Deswegen bin ich auch bis nach unten durchgegangen. Damit da... Obwohl, da spawnt ja nix. Ja. Deswegen ja, da spawnt nix. Und das ist ja nur, wenn jemand hinfliegt. Ja. Ja. Okay, ne, dann passt das. Ne, ich hab auch hier überall, wo ich, äh, gerenderte oder geforced loadete Shunks hab, will ich jetzt eigentlich alles mit, äh, Dirt irgendwie auffüllen. Dass dann, da die Performance ein bisschen besser ist. Okay. Dann gibts dann halt nur oben drauf den schönen Berg. Wo? Schick, schick? Jo. Ich wollte erstmal bloß eigentlich den, den Charme vorbeibringen. Äh, herzlichen Dank dafür. Den werde ich auf jeden Fall, ich denk mal die Tage mal ausprobieren und mal auf Suche gehen. Einfach mal eine Runde durch und mehr was fliegt. Ja, oder, ähm, ja ne, den Bilder will ich da nicht aufstellen. Im, äh, im Nether dann so ein riesen Loch reinhauen. Hm, ne, fliegt hier was durch. Ja. Ja. Denk ich auch. Und ich brauch irgendwie, ich glaub, vier, vier Blöcke brauche ich. Und da, äh, können die Bienen den Rest machen. Und ich hab' jetzt bloß hier noch für die Suche geprüft, okay? Ah, okay. Ist ja weg. Hast du schon das Template? Hm, nein. Was ist jetzt? Haha. Ja, bitte, bitte. Da. Ähm. Deswegen hatte ich den Sniffer gesucht, weil man ja mit den Sassy Bees aus, ähm, Soul Sand, diesen Suspicious Soul Sand machen kann. Und da konnte man halt unendlich viele ausbuddeln. Äh, welches? Äh, welches? Äh, welches? Äh, welches? Äh, welches? Äh, welches? Willst du das auch haben? Wenn ich's rausgehe, ne? Ja, ich kann's ja. Ja, das dauert nur nen kleinen Augenblick. Hä? Äh. So. Äh, nach Netherite brauche ich ja nicht fragen, das hast du ja an. Haha. Ja, lustig. Komischer Monster im Nether hat mir erstmal zwei Teile meiner Rüstung zerstört. Oh Gott. Ähm. Ich kann dir die, die Empfehlung, ähm, äh, hier, wie heißt das? Ja, ich melde mich gleich bei dir, René. Ah. Ich will mal kurz hier raus aus dem Große Group. Ähm. Ich kann dir die Verzauberung Unusing empfehlen. Außer du gehst jetzt eh auf All the Modum, dann ist eh egal. Ja. Aber Unusing macht halt ein, ein Durability und dann kannst du's nicht mehr benutzen. Ich, ich weiß, ich weiß. Ich wusste das ja, aber normal, äh, bin ich diese Monster halt nicht gewöhnt. Haha. Ja. Ähm, ich bin auch zu dem, äh, Netherite-Ding, ich, keine Ahnung, ich glaub ich bin schon 20 Mal gegen das Viech gestorben. Ja, ich wär eigentlich nicht gestorben, aber irgendwie hang es bei mir. Ja. Und dann hab ich's nicht mehr mitbekommen. Ja, war bei mir dasselbe. Ich hatte volle Lebensbalken und dann zack. Tot. Ja. Naja. Aber jetzt hab ich genügend Herzen. Sollte reichen. Ja, mein Schwert war nicht schlecht in dem Sinne. Ah, meins ist komplett Crap. Was? Ja, das hat nur Frostbite drauf. Und das macht dem Viech irgendwie 20 Schaden oder so. Oh Gott. Ah, ihr seid direkt über die Soulforge gegangen, ne? Ach du Scheiße. Und das stell dir mal jetzt schon vor, wenn ich das hoch mache. Ja, das stell ich mir vor. Ja, das wird ordentlich reinzimmern. Aber an die Mod wollte ich auch noch ran. Da war ich auch noch nicht dran. Nur mit den Spawnern, aber... Ah, oh. Ja. Ja, ich, hier die, die Library, habt ihr die schon gemacht? Ja, die hab ich schon gemacht. Ja, die wollte ich auch noch machen. Und dann mit einem, ähm, oh wie heißt denn das? Von Industrial Foregoing. Mit der Enchantment Mover, oder wie heißt das? Ne, Enchantment Factory. Ja, das ist für irgendwann später. Ich hab mir die Enchantment Library gemacht. Hm? Wusste ich ja, da musst du ja erstmal die Bücherregale machen. Boah, erst bin ich Easy Village heran. Ja, ich auch. Das ist das erste, was ich gemacht hab. Und dann erstmal wieder runter gehauen. Und dann bis auf den Bier runter. Ja, okay. Ich hab, äh... Bevor ich damit anfangen konnte, hatte ich schon eine unbegrenzte Anzahl an Emeralds. Hm. Deswegen, das war dann zum Glück egal. Kann ich dir denn irgendwas Gutes tun? Brauchst du irgendwas? Was? Ich könnte dir Nether Stars anbieten. Okay. Okay. Jo. Ich... Ich dödel so vor mir hin eigentlich mehr oder weniger hier. Hier muss ja auch mal entspannte Spielen sein. Ja, ja. Ähm, weil, äh, hier... Anfang des Jahres hatte ich schon ATM9 gespielt. Und... Ja, ATM9 hatte ich bis... Warte mal, wieder mal hatte ich das gespielt. Bin ich grad selber dann überlegen. Ich bis... 80%? Oh, okay. Ich hatte, äh... Mechanism durch. Und... Jetzt wollte ich erstmal die ganzen anderen Sachen machen. Dann vielleicht am Ende nochmal Mechanism oder so. Und wo... Das ist ja hier an ATM9 angrenzt, sag mal. Ja, es ist ja ATM9 plus Voicemod. Ja, genau. Das dachte ich mir halt auch. Das einzige, wo ich mich nicht rantraue, ist, äh... der Gregsmod. Oder Gregtech. Ja, da... Da bin ich auch noch nicht gemischt. Da bin ich noch nicht behoben gebunden. Ne, der... Der erschlägt ein. Aber... Vielleicht ist das ganz interessant. Aber ich weiß nicht, ob... Äh... Bei den ganzen Maschinen, die man da hat, und Produktionsstraßen, die man bauen kann, ob der Server das aushält, wenn das mehr als... Zwei Leute machen oder so. Ja, hat es nicht mehr Gut gehört. r inclmen so. Ja, da wird nicht mehr. was... aus. Wo ist eigentlich dein Baugebiet? Ja, da wo derweise konkret ist. Ah, da. Oh. Das ist ja ein richtiger Marker auf der Karte. Ich wusste nicht, in welche Richtung ich geflogen bin, aber okay. Aber interessanterweise, seitdem René und ich uns nicht mehr unterhalten haben, ist der Server auch nicht mehr abgestürzt. Ja, sonst nur Leute, die in irgendwelche Richtung gegangen sind. Ja. Und entweder Strukturen oder irgendwelche Chunks, die wir laden wollten, die den Server zum Abschluss gebracht haben. Ah, okay. Und dann haben die sich relockt. Der Server wollte den Chunk laden und ist dann wieder abgestürzt. Die wurden jetzt zurückgesetzt. Sind aber in dieselbe Richtung nochmal gegangen. Ah. Und dann wurde das zweite Mal gekriegt. Ah, okay. Interessant. Weil die werden ja wieder zurückgesetzt. Ja. Das ist mir auch schon mal passiert. Mit Kabel ist der Server. Ah. Und ich auch in Richtung Norden, in bestimmten Chunk, hier biegt ihr ehezogen. Und zwei Mal ineinander ist der Server gekriegt. Okay, wie weit seid ihr denn nach Norden? In welchen bestimmten Chunks, wie der Server irgendwie geflagte, entweder kaputte Chunks. Ey, gehe ich mal von aus, ja. Aber ich habe versucht, die zu fliegen. Das hat bis dann mal ein zweiter Fall gekriegt. Oder Strukturen, die hier der Server mit aussehen. Ja, das glaube ich aber weniger. Ja, vielleicht war da mal... Ja, genau. Das könnte ich mir halt auch vorstellen, weil... Ich weiß nicht, der Server ist ja davor andauernd gecrasht. Und ich weiß nicht, wo die Leute unterwegs waren. Und nicht, dass dann die Leute genau... Ich weiß nicht, ob alle jemals wieder auf dem Server online waren. Vielleicht hängen die da noch irgendwo fest. Ja, als ich mich auf den Server eingeloggt habe, war ich unterm Spawn und habe den Server gecrasht. Aber die müssen sich ja erstmal einloggen, anstelle wieder zu kommen. Ja, okay. Und die Daten sind ja so gesehen erstmal nicht hinterlegt, solange sie sich in die einloggen. Okay, ja, nee, dann sollte das ja eigentlich nicht passieren. Ich werde den Fortschritt hier weiter melden, äh, beobachten. Ja, mach das gern. Soll ich das mit dem Weg steigen hier? Ach so, der ist jetzt erstmal nur provisorisch. Das ist einfach nur, damit ich zwischen den Bildern hin und her reisen kann. Ohne andauernd den Warpstone zu nutzen. Ja, mal gucken, was René da mit seinem Xnet da jetzt macht. Ja, irgendwas mit einer Funkantenne auf jeden Fall. Ja, das habe ich noch nie gemacht bei Xnet. Das mag ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin gespannt. Ja, das habe ich eben gesagt, aber ich fände mich nicht aus. Mach ich nicht. Aber so wie es aussieht, ist das auch einfach nur ein zusätzlicher Channel im Xnet, wo du dann beide verknüpfen kannst über einen Router. Ja, irgendwas wird jetzt sein. Ich habe mich da noch nie mit Auseinandergesetzt, weil ich das nie mochte. Ich habe mich an den Controller gesetzt. Wer hätte hier alles eingestellt? Läuft. Ja, ich bin so froh, dass man da mit STRG C und STRG V die, ähm, Ports setzen kann, sonst würde es ja bescheuert werden. Ja. Okay. Ja, dann frohe Schaffen dir noch. Dir auch. Dankeschön. Ich freue mich, dass wir das schaffen beim Aufnehmen. Ja, danke. Ich bin die ganze Zeit dabei und dann, äh, ja, hau ich dann morgen wieder Videos raus, aber ich muss da mal was ändern dran. Ja, mach das. Äh, ja. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ja. Ähm. Genau, das mit dem Portal im Nether im Azar, das kenne ich, aber das Azar mag ich nicht. Da kann man nicht fliegen. Und, äh, ja, mit Mechanism, ähm, da wollte ich gucken, ich muss halt wirklich mal gucken, wie weit unser, ähm, wie heißt der gleich noch hier, äh, wie weit Power uns bringt und dann kann man ja mehr sagen. Oh, eins. Nice. Wie viel an ihr habt denn? Eigentlich jetzt gerade nicht wenig. Cage. Oh, wir kriegen langsam wieder welche rein. Torchflower. So. Äh, äh, was wollte ich, ach, Building Blocks. Ne, hier. Building Tools, den Exchanger würde ich bauen. Oh, Gott. Äh. Äh, 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 äh. Oh, hab ich keinen Tag. Oh, Mann. So. Was ist das? So, das ist eins. So, wie baue ich das alles? So, wie will ich? Oh, die ist viel zu groß. So, das 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 ist viel zu groß. So, jetzt mal die Box. Fünfzehn für den Fußball. Dreizehn. Ich sehe schon was. Zwölf. Knapp. Es war wirklich 110. Dann. Soll ich dazu passen? Zylinder. Das wird irgendwas wie hier als Brauchstoffe nehmen. Ja. White Concrete. Ja. 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 Bissing 304. Die Hälfte also 5000. 4.000, 73, 4.900, 25, 4.800. 5.800, 25,000, 75,000, 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 75,000 Ich glaube, es ist so wichtig, dass ich mich nicht mehr fühle. 70, ok. 9, 9, 9. Und 108. Wir wollen eine Sphäre. So, wie sieht das aus? Ja. So, wie sieht das aus? Duckeli, duckeli. Wie geht es jetzt? Ach, Alter. Das hat ja nicht gereicht. Verdammt. Ja, wir brauchen mehr Sand und Gravel. Wie kriege ich denn am schnellsten Gravel? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Cutting Board. Äh... 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 Ich will einfach mal was meine Queries machen. Oh, nein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du bist doch. Du bist doch okay. Verdammt. Ist der Rate-Up-Repeater? Das funktioniert. Ok, dann kriegt der hier zum Spurs in das Set. Kabel... Importer... Ok... Auskarten. Gerade. Gerade. Das sollte eigentlich reichen. Rektor gerade. Ehh... Right. Create. Ehh... 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 Okay, also Xnet-Konfiguration. Nehmen wir jetzt eben hier, das hier ist Seed. Das hier war Seed, okay. Item Create, Extract, Seed. Nehmen wir den Prosperity. Der darf durch. Ausgaben. Ausgang Create, Extract. Nehmen wir hier, Item Printed Create, Extract. Und hier, Create Set. Und hier, gerade. Extract. So, das müsste ja eigentlich funktionieren. Äh, wir müssen das doch mal direkt ausprobieren. Das ist doch. Das ist doch Seeds. Was ist hier? Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da können wir ja eine Massenproduktion vermuchen. Ups. Okay, dann deaktivieren wir den hier erstmal und wir ein paar mehr Bi-Hives bekommen. Äh, KOMS meine ich im Türkei. Okay. So, was brauchen wir denn für Gravel? Dirt und Dirt, Sand, nicht Sandstone, Sand, Feuer, Dirt. Und, okay, Feuer, Seeds. Und, okay, Feuer, Dirt, Sand, Feuer, Dirt, Sand, Feuer, Dirt, Sand, Feuer, Dirt. Und, okay, Feuer, Dirt, Sand, Feuer, Dirt. Okay, dann. Okay, dann. Okay, dann. Laufen wir mal ins Fässer. Tun wir uns ein wenig lieber. Aba. 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 Was ist das? Ist der an? Was für eine Religion. Was für eine Religion. Eine vielschichtige Unternehmung oder wie? Ja, Glückwunsch. Das freut mich für dich. Ähm. Wie lange hast du dafür gebraucht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann haben wir jetzt, oh, genügend Lava Buckets. Oh Gott. Das ist ziemlich anstrengend. Und das mit den Zwiebeln verstehe ich nicht. Ist das etwas, wofür ich jetzt einfach zu alt bin? Das ist etwas, wofür ich jetzt. So, wie viele Feier braucht man denn? Okay. Okay. So, dann können wir das hier jetzt noch bauen. So, dann können wir das hier jetzt noch bauen. Oh, mein Gott. Okay. Okay, das ist ein wenig verwirrend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und vielleicht auch ein wenig verstörend. So, dann können wir das hier jetzt noch bauen. 37, 40 Stück, nee, 38. Dirt. Nee, ich bin überzeugter Atheist. Ich trete keiner für Religion bei. Tut mir leid. Ja, ich bin überzeugter Atheist. Ja, mit Religion kann man mich nicht kriegen. Ich gründe, wenn dann schon meine eigene... Irgendwie... Ja, aber da musst du aufpassen, dass du nicht in Kontakt trittst mit dem Onion Network. Oh. Oh. Was ist denn die Fire Seeds? Oh mein Gott. Ist das schon wieder dämlich. Ja. 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 Auf Deutsch wäre es das Zwiebelnetzwerk. und das sogenannte Tor-Projekt die haben nämlich als Logo das hier das ist ein Zugangspunkt oder Zugriffspunkt zum Darknet damit kann man anonymisiert oder das ne, damit kann man anonymisiert im Internet surfen ja, das kann wirklich passieren wenn die dann wenn du auf die falschen Seiten gehst und plötzlich dein PC gehackt wird und die deinen Lautsprecher und so weiter übernehmen so ich habe keinen Problem Amen. weißt du nicht und ihr habt da ja nur eine Gemüse Zwiebel gezeigt wie sieht es aus mit roten Zwiebeln zum Glück habe ich mich damit noch nie beschäftigt weil das ist echt so ein rabbit hole dann musst du dich mit den Eskimos unterhalten weil da soll man sich ja immer in der Kälte mit der Zwiebel Technik einpacken oder Inuits ich bin mir gerade nicht sicher ich glaube Inuits nicht Eskimos so 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 Oh, ich bin bloß zu sehen. Warte, hier. So. Hoppa. Okay. Okay. Exnet. Extract. Great insight. Let's go. Okay. Amen. Ich stecke ihn durch. 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 Eigentlich ist das ja egal, oder? Kann ich mehr als eins? Nein. Oh ja. Ja, die Jogeln von heute, ne? Noch so energiegeladen. Ich stecke ihn durch. 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 Ich stecke jemanden durch. So und das ganze Gebusel hier nur weil die blöde Redstone Connection nicht richtig läuft Dann kriegen wir jetzt wenigstens die restlichen Fire Seats Aber das war echt ein super Tipp mit dem Red Fertilizer Der haut da ja mal richtig rein Ja also Ja trifft echt gut zu Ja das ist ein bisschen schade aber hier mit Xnet funktioniert das ja relativ schnell und sonst packt man sich dann immer einen noch hier in Gott Ich brauche eine Eingangstür So Und sonst braucht man sich hier halt alles immer einzieht in den Storage Pot rein und fertig Das geht ja zum Glück auch immer Äh Botany Hub So Nicht Storage Geht das jetzt schon wieder nicht Ich drehe durch Ich bin haust dich Ich bin Schubert schubert nichts Ich bin ich bin ich bin ich bin Ich bin So, dann haben wir jetzt auch wenigstens genügt. Damit haben wir den Abschluss gefunden. So, dann haben wir den Abschluss gefunden. Ich glaube, ich brauche noch ein Eck hier mit rein. Grave, Grave B, Ghostly und eine Skeleton oder eine Zombie und eine Ghostly. Okay, okay. Nice. Geht hier aus dem Weg. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nice, nice. Oh, der Spawner ist am Weg. Krack. Oh, der Spannende ist. 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 Nice. Joa. Ähm. Ich denke mal, dass ich jetzt Feierabend machen werde. Ist schon, ganz schon spät. Und. Äh, ja. Ich hab morgen Termine. Leider. Ähm. Ich denke mal, dass ich morgen nicht streamen werde. Und wenn relativ früh. Weil ich um. Äh, spätestens. Halb eins eins. Weg muss. Und. Ähm. Ja. Das ist dann. Ich weiß nicht, ob das alles ein bisschen zu gestresst und so weiter wird. Vielleicht komme ich dann abends online. Irgendwie um. 22 Uhr oder sowas. Oder. 20 Uhr. Ähm. Muss ich mal gucken, wann ich. Äh. Äh. Ne. Ne. Ähm. Mein Cousin kommt vorbei. Und. Äh. Wir wollten was zusammen unternehmen und so weiter. Und. Bei mir. Gibt es im Leben. Ähm. Nur ein. Credo. Und das ist. Äh. Family first. Und. Äh. Ja. Deswegen. Ähm. Cousin kommt vorbei. Wir unternehmen was. Und wollten abends noch was essen gehen. Deswegen weiß ich halt nicht, wann ich wieder zurück bin. Und. Äh. Dann würde ich spontan entscheiden, ob ich noch zocken gehe. Oder ob ich dann das erste Mal seit. Anderthalb Monaten dann. Einen Tag nicht streamen werde. Aber. Sonntag dann. Und. Äh. Genau. Sonntag dann. Wieder einen ganzen Haufen. Genau. Ähm. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Schlaf gut. Und dann vielleicht bis morgen. Und sonst. Äh. Spätestens bis. Sonntag würde ich sagen. Und dann. Sonntag spontan die Uhrzeit. Ich denke aber mal relativ früh. Irgendwie so um den Dreh. Okay. Dann. Schönen Abend dir. Gute Nacht. Danke dass ihr alle dabei wart. Und zugeguckt habt. Und und und. Und. Dann bis zum nächsten Mal. Tschööö. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und.